Aha. Ein Podcast für Neugierige und die, die es bleiben wollen. Mit Joram Schwarzmann und Marco Derscher. Hallo und herzlich willkommen zu unserer 21. Episode. Heute ist Dienstag, der 8. September 2020. Wer uns öfter hört, der erkennt unser Konzept. Wir beide sind sehr neugierig und da stellt einer von uns dem anderen am Ende jeder Episode eine Frage, die derjenige dann in der nächsten Folge beantworten darf. Und das machen wir immer abwechselnd. In der letzten Episode durfte ich dir eine Frage beantworten. Weißt du noch, welche das war? Ja, ich wollte von dir wissen, wie funktionieren eigentlich U-Boote? Richtig. Und das war eine Folge mit Tiefgang. Ja, ein richtiger Deep Dive. Genau, ein richtiger Deep Dive. Wir haben auch, also eine Hörerin auf Twitter hat uns Rückmeldung gegeben, die war auch ganz begeistert. Ich habe sie auch gefragt, ob das mit diesen Kapitelbildern funktioniert hat. Hat es. Das ist ein schönes Feature, finde ich, dass wenn es der Inhalt anbietet, wir auch in Zukunft nutzen werden. Ja, und folgerichtig bist heute du an der Reihe, mir meine Frage vom Ende der letzten Episode zu beantworten. Und ich wollte von dir wissen, wie denn das amerikanische Wahlsystem funktioniert. Ja, und das war, ich war ja das letzte Mal so ein bisschen, das ist das Gegenteil von angetan, abgetönt, ein bisschen mich damit zu beschäftigen, wie der aktuelle Präsident der USA zum Präsidenten gewählt wurde. Aber es war dann doch ganz interessant. Es war dann ganz spannend, da reinzugucken. Über die Bewertung können wir dann zum Schluss zusammen so ein bisschen diskutieren, wie wir das denn eigentlich finden, wie das so ist. Wir als Nicht-Juristen finde ich es gut, dass wir dann am Ende vielleicht eine kleine Einschätzung abgeben, wie gut oder schlecht so ein Wahlsystem ist. Genau, ich möchte zum Einstieg aus aktuellem Anlass, weil wir in der Richtung eine Bewertung erhalten haben, betonen, dass wann immer ich versuche, das oder die sogenannte Gender Gap mitzusprechen, wenn ihr das nicht hört und es klingt, sage ich nur, die weibliche Form, dann könnt ihr sicher sein, dass Männer mit gemeint sind. Also wenn ich sowas sage wie Präsidentin, dann dürfen auch männliche Präsidenten angesprochen sein. Die dürfen sich mit gemeint fühlen. Das wollte ich nur zum Anfang sagen, weil es da wohl bei manchen Verwirrung gab, weil ich, als ich über die ISS gesprochen habe, das nicht so deutlich gemacht habe und das dann so klang. Ich glaube, es wären alle AstronautInnen immer weiblich. Ich habe noch einen Einwurf. Es gibt ja auch, die sind neutrale Formen. Also ich habe versucht, mir das anzueignen, aber das ist nahezu unmöglich. Also wenn man sagt, statt HörerInnen mit Gender Gap halt irgendwie die Hörende. Aber das klingt für mich irgendwie nicht so toll. Ja, das ist ein bisschen ungewohnt und gerade wenn es um die Head of State, die Führungskräfte geht, dann kann man halt auch nicht Präsidierende sagen oder so. Ich meine, in den USA, da kann ich schon mal vorweggreifen, ist das jetzt so, dass es bis jetzt noch keine Präsidentin gab. Das heißt, wenn man nur von Präsidenten spricht, dann ist es auch faktisch korrekt. Aber wenn es dann in Richtung KandidatInnen geht und so, gibt es dann natürlich sehr viel mehr Diversität als im eigentlichen Amt. Das nur so vorneweg als kleine sozusagen Meta-Erwähnung. Deswegen lass uns gleich einsteigen. Also du wolltest ja wissen, wie das Wahlsystem der USA funktioniert. Und das möchte ich gleich am Anfang präzisieren. Ich habe mich vor allem mit dem Präsidenten-Wahlsystem beschäftigt, nicht mit dem Kongress-Wahlsystem oder den Wahlsystem auf Bundesstaatenebene, denn die sind sehr anders. Also gerade auf Bundesstaatenebene. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich schlage manchmal schon die Hände über den Kopf zusammen, wie unterschiedlich unsere Bundesländer sind in einigen Regelungen. In den USA ist das Ganze nochmal irgendwie auf elf gedreht, und wie stark die Unterschiede in den einzelnen Bundesstaaten sind, was Wahlrecht und Strukturen angeht und so. Genau. Also was wird denn jetzt eigentlich gewählt in dem Präsidenten-Wahlsystem der Präsident oder die Präsidentin der Vereinigten Staaten von Amerika? Und da gibt es Voraussetzungen für, wenn man sich zur Wahl stellen möchte in den Vereinigten Staaten, dann muss man in den USA geboren sein, über 35 Jahre alt, und seit mehr als 14 Jahren wohnhaft in den USA. Und das sage ich deswegen, weil das zum Beispiel für uns in Deutschland, wenn man sich in Deutschland zum Präsidenten wählen lassen möchte, für der USA, nein, wenn man sich in Deutschland zur Bundeskanzlerin oder Bundeskanzler wählen lassen möchte, dann gibt es das nicht, diese Regel nicht. Solange man ins Parlament gewählt werden kann, kann man auch zur Bundeskanzlerin oder Bundeskanzler gewählt werden. Und in Deutschland kann sich jeder und jede ins Parlament wählen lassen, solange man 18 Jahre alt ist und nicht sein passives Wahlrecht verloren hat. Wenn man zum Beispiel kriminell geworden ist, da gibt es unter bestimmten Bedingungen, darf man dann halt nicht mehr sich selber zur Wahl stellen. Aber das sind halt Ausnahmefelder. Also das heißt, in Deutschland könnte auch eine 25-Jährige, die nicht in Deutschland geboren ist, aber einen deutschen Pass hat, theoretisch Bundeskanzlerin werden. In den USA geht das nicht. Da muss man dort geboren sein. Das schließt dann so Leute aus wie zum Beispiel Arnold Schwarzenegger, der, obwohl er Gouverneur ist von Kalifornien, kann er nicht zum Präsidenten gewählt werden, weil er nicht in den USA geboren ist. Oder die, wie heißt sie, AOC abgekürzt, Ocasio-Cortez, Alexandria Ocasio-Cortez, eine Demokratin, eine Politikerin, die sehr in den Nachrichten ist, die könnte auch nicht zur Präsidentin gewählt werden, weil sie erst 30 Jahre alt ist. Das heißt, sie muss noch zwei Legislaturperioden abwarten, bis sie sich überhaupt zur Wahl stellen lassen könnte, wenn sie das wollte, obwohl sie jetzt gerade sehr gute Arbeit macht und sehr bekannt ist sozusagen. Ja, aber wenn uns Politik doch eins gelernt hat, dass nicht immer der Kompetenteste den Job bekommen muss. Ja, genau, deswegen, Kompetenz steht nicht in der Liste drin. Und wie wir aus der Erfahrung wissen, scheint es niemanden zu stören. Aber so, das ist also, wer wird da überhaupt gewählt auf diesen Posten? Und jetzt so ein bisschen zu dem eigentlichen Ablauf der Präsidentschaftswahl. Denn man denkt ja häufig, das Wichtigste dabei ist der Wahltag oder das ist so das, worauf es sich alles konzentriert. Aber in den USA ist es tatsächlich so, dass das gesamte Jahr relevant ist für die Präsidentschaftswahl. Also es ist weniger quasi ein Wahltag, sondern ein Wahljahr. Und das Wahljahr beginnt traditionell damit, dass erstmal die KandidatInnen der beiden Parteien, der demokratischen und der republikanischen Partei der Vereinigten Staaten. Und ganz jetzt zwei. Ja, das ist auch noch ein Zwei-Parteien-System, was halt auch für uns ein bisschen seltsam wirkt. Und genau, es gibt eben die republikanische und die demokratische Partei. Und am Anfang des Jahres finden die Vorwahlen statt, in denen die beiden Parteien ihre KandidatInnen wählen lassen und sich dafür entscheiden, wer denn jetzt eigentlich tatsächlich in das Rennen einzieht. Also die werden dann schon im Vorfeld Wahlkampf gemacht haben. Und dann wird dann... Ist das ein basisdemokratischer Vorgang? Also wählen dann quasi Parteimitglieder ihre Kandidaten? Ja, es wählen die Parteimitglieder ihre KandidatInnen. Aber das ist wieder in den Bundesstaaten unterschiedlich. In manchen Staaten können quasi die gesamte Bevölkerung kann für beide Parteien abstimmen. In anderen können es nur die Parteimitglieder. Und wie dann das eigentliche Verfahren abläuft, ist auch unterschiedlich. Aber was eigentlich überall so ist, ist, dass ein Mann nicht direkt für seine KandidatInnen stimmt, sondern für Wahlleute oder Wahlmänner und Wahlfrauen. Das bedeutet, da gibt es Delegierte, die sagen halt, ich bin zum Beispiel für Hillary Clinton oder ich stimme, werde für Bernie Sanders stimmen. Und dann wählen die Menschen diese Delegierten. Also doch nicht basisdemokratisch. Es ist in der Hinsicht basisdemokratisch, dass sie halt direkt an der Basis gefragt wird. Dann gibt es aber eben diese eingezogene Zwischenebene, wo man erst mal Repräsentanten wählt, die dann für die eigentlichen KandidatInnen stimmen. Und das findet eben über die ersten vier Monate im Jahr statt. Da hast du bestimmt auch schon vom Super Tuesday gehört. Ich habe noch eine Zwischenfrage. Ich versuche das mit diesen Wahlmännern oder Wahlfrauen zu verstehen und Wahlleuten. Haben die dann unterschiedliche Stimmenanteile oder ist das einfach nur pro Kandidat ein Wahlmann oder diverse Wahlleute? Es gibt sozusagen einen Pool, der wird vorher festgelegt. Und ich glaube, es ist auch schon in den Vorwahlen daran gekoppelt, wie groß die Bundesstaaten sind an die Bevölkerungszahl. Das heißt also, ein dicht besiedelter Staat bekommt mehr Wahlleute als ein dünn besiedelter Staat. Und dann geht es darum, eben mehr als die Hälfte der Wahlleute zu haben, die für einen Kandidaten stimmen. Und das funktioniert dann eben so, das ist vor allem so dann später, das Prozedere ist ähnlich dann eben bei der eigentlichen Präsidentschaftswahl. Aber auch in den Vorwahlen ist es schon so, dass die gewählt werden mit der Ansage, dass sie für einen bestimmten Kandidaten stimmen werden. Dann gibt es aber einen Prozess, wenn sie quasi in der ersten Runde von den, keine Ahnung, fünf oder zehn unterschiedlichen KandidatInnen niemand die absolute Mehrheit kriegt, dann geht es in Verhandlungsphasen. Und innerhalb dieser Verhandlungsphasen können dann Leute auch von ihrer sozusagen zuerst angekündigten Entscheidung abweichen. Das heißt, jemand, der gesagt hat, ich werde für Bernie Sanders stimmen, kann dann, wenn das in der ersten Runde nicht geklappt hat, dann im Rahmen der Verhandlungen umschwenken und zum Beispiel für Hillary Clinton stimmen. Aber jetzt so auf den ersten Blick sieht das ja gar nicht so viel anders aus, als jetzt bei uns, wo man ja Bundestagsabgeordnete wählt, die dann halt Mehrheiten und Koalitionen bilden und Oppositionen und dann einen Kanzlerkandidaten aufstellen, der ja meistens auch vorher bekannt ist. Ja, also in der Hinsicht ist das gar nicht so ein großer Unterschied. Der größte Unterschied, den ich sehe, ist darin, dass das nicht unbedingt proportional ist, wie sich diese Wahlleute zusammensetzen. Das ist auch wieder vom Bundesstaat zu Bundesstaat unterschiedlich und unterschiedlich zwischen der demokratischen Partei und der republikanischen Partei. Die machen jeweils unterschiedliche Regeln in den verschiedenen Bundesstaaten. Bei den Republikanern ist es fast überall so, dass das Prinzip Winner takes it all gilt. Das bedeutet, wenn in einem Bundesstaat angenommen zehn Wahlleute potenziell vorhanden sind und es stimmen 40 Prozent für Person A und 45 Prozent für Person B, dann kriegt diese Person B alle Wahlleute aus diesem Bundesstaat. Und nicht, dass es aufgeteilt wird, der eine kriegt vier und der andere kriegt fünf, sondern der Gewinner bekommt alle Wahlleute zugesprochen. Und dadurch wird dann halt das sozusagen verstärkt, wenn jemand die Mehrheit gewinnt und es wird entkoppelt von der proportionalen Stimmung an der Basis. Bei den Demokraten ist es so, dass es in manchen Bundesstaaten so proportionale Wahlverhältnisse gibt. Das bedeutet, dass eben dann dementsprechend einer vier und einer fünf Wahlleute bekommen würde und die anderen halt auch so aufgeteilt. Aber auch bei den Demokraten ist das häufig so, dass es auch da Winner takes it all Staaten gibt, wo dann jemand, der nur knapp gewinnt, trotzdem die gesamte Stimmmacht dieses Bundesstaates hinter sich hat. Und das ist der große Unterschied zu uns. Wir haben eben ein proportionales Parlament, was von der Fünf-Prozent-Hürde abgesehen, die ein bisschen Verzerrung reinbringt, die Wählerstimmung oder die Population widerspiegelt. Wenn 30 Prozent der Leute für die CDU gestimmt haben, dann bekommen die 30 Prozent der Sitze. Und nicht, weil sie die stärkste Kraft sind, bekommen sie auf einmal alle Sitze. Oder sie bekommen alle Sitze aus Bayern oder so. Und das ist halt der größte Unterschied dort. Und diese Vorwahlen, die sind eben nicht unwichtig, weil dort halt ein starker innerparteilicher Wahlkampf stattfindet. Und der beginnt traditionell mit zwei Staaten im Nordwesten. Ich habe jetzt vergessen, welche beiden Staaten es sind, aber ziemlich kleine Staaten. Aber die setzen so ein bisschen den Ton für diese ganzen ersten vier Monate im Jahr. Und weil viele andere Staaten sich gedacht haben, warum setzen die denn jetzt den Ton? Das ist doch gemein. Die sind doch so klein und unbedeutend. Gab es eben oder wurde der Super Tuesday ins Leben gerufen, wo viele Bundesstaaten gleichzeitig abstimmen lassen und dadurch quasi mehr Gewicht haben an diesem Tag. Und somit wollen sie die mediale Aufmerksamkeit von dem Start der Vorwahlen weglenken, hin zu dem Super Tuesday, wo in vielen Staaten gleichzeitig gewählt wird, sowohl für die Demokraten als auch für die Republikaner. Und das ist sowas, was wir auch hier immer mal wieder mitbekommen, dass es eben diesen Super Tuesday gibt. Wenn dann diese ganzen Wahlleute gewählt sind in den Vorwahlen, dann gibt es die National Convention der beiden Parteien. Das entspricht unserem Bundesparteitag. Und ich glaube, man könnte es auch, da es ja Bundesstaaten sind, auch in den USA, könnte man das da wahrscheinlich auch mit Bundesparteitag übersetzen. Und dort kommen dann die ganzen Delegierten zusammen und die stimmen dann eben für diese KandidatInnen ab. Und wer mehr als die Hälfte der Delegiertenstimmen erhält, der gewinnt dann die Vorwahl. Und wenn niemand die Mehrheit erhält, dann wird eben verhandelt. Und dann gibt es die, was man auch in den Nachrichten sieht, dann treten manche KandidatInnen zurück. Und deren Wahlleute, die eigentlich für die stimmen wollten, sind dann sozusagen Verhandlungsmasse und können dann eben sich anderen KandidatInnen anschließen. Und so wird dann immer wieder erneut gewählt, bis dann tatsächlich eine oder ein Kandidat an der Spitze steht, der dann mehr als 50 Prozent der Stimmen erhalten hat und dann die offizielle Kandidatin ist für die Partei. Und das Interessante an diesem Prozedere ist, dass an der Stelle auch AußenseiterInnen wieder einsteigen können. Also Leute, die sozusagen in den Vorwahlen eigentlich prozentual weit abgeschlagen sind, können auf einmal durch Mobilisierung und geschicktes Verhandeln dort wieder zum Gespräch werden und potenziell aufgestellt werden. Weil dann auf einmal quasi, wenn der erste Wahlgang durch ist, dann sind sozusagen die Bindung der Delegierten an ihrem Votum aufgehoben und dann kann alles Mögliche verhandelt werden. Genau. Und dann beginnt quasi der eigentliche Präsidentschaftswahlkampf zwischen den gewählten KandidatInnen der beiden Parteien. Und das ist die Phase, in der wir jetzt gerade sind, in der Joe Biden, der Demokraten, Antritt gegen Donald Trump von den Republikanern, der amtierende aktuelle Präsident. Und dann ist eben Präsidentschaftswahlkampf mit allem, was dazugehört, mit Kampagnen, mit WählerInnen, Mobilisierung und Fernsehspots und all dem Kram. Und das Ganze geht dann bis November. Im November, Anfang November ist traditionell der Wahltag. Das ist der Dienstag nach dem ersten Montag im November. Das heißt, zwischen dem 2. und 8. November ist immer der Wahltag. Und das hat historische, wirtschaftliche und politische Gründe, warum das der Tag ist. Hast du da vielleicht schon mal was von gehört? Aus welchem Grund gerade zu so einem spezifischen Datum gewählt wird? Nein, hat das irgendwas mit, mit, nee, keine Ahnung. Weil das ist ja auch wochentags, das hat jetzt auch nichts mit irgendwie, wer am meisten Zeit hat zu tun und keine Ahnung. Es hat mit, wer am meisten Zeit hat, zu tun. Aber nicht mehr heute, sondern vor einigen hundert Jahren, als die Tradition aufkam. Ja. November ist nämlich ein guter Zeitpunkt für Landwirte, weil sie dann fertig sind mit der Ernte und noch nicht damit beschäftigt sind, über die Winterzeit bestimmte Arbeiten auf dem Hof zu machen. Und es ist noch möglich zu reisen. Also es ist noch bevor der richtige Wintereinbruch kommt, wo man auf einmal nicht mehr längere Strecken reisen kann. Und somit ist sozusagen das der historische Sweetspot gewesen, wo Leute in der Lage waren, unter Umständen weite Strecken zu reisen zu den Wahllokalen, die natürlich vor einigen hundert Jahren nicht so weit gestreut waren, wie sie es heute sind. Und außerdem ist es ein Dienstag und nicht ein Sonntag, weil eben Sonntag religiöser Feiertag ist. Außerdem ist auch der 1. November traditionell ein religiöser Feiertag, der, ich glaube, Protestanten, aber da darfst du mich nicht festnageln, da kenne ich mich zu wenig aus. Aber das ist quasi ein Feiertag. Und dann gab es auch wirtschaftliche Überlegungen, warum man nicht gleich den 1. November nimmt, denn das ist üblicherweise der Tag, wo UnternehmerInnen die Bücher machen vom Vormonat. Und das heißt, sie sind erstens beschäftigt und zweitens waren PolitikerInnen besorgt, dass die Leute sich zu sehr von den Geschäftszahlen des Vormonats beeindrucken lassen, wenn sie quasi morgens den Kram ausrechnen, wie gut ihre Zahlen waren und nachmittags die Stimme abgeben. Das war dann halt auch so eine Überlegung, warum sie sich dazu entschieden haben, das so ein kleines bisschen zeitlich zu dehnen. Jetzt kann man natürlich sagen, wenn man am 2. November abstimmt, was ja möglich ist in manchen Jahren, dann ist man natürlich immer noch ziemlich nah dran an seinen Geschäftszahlen. Deswegen ist, glaube ich, das Wichtigste dabei wirklich diese Orientierung an den Landwirten, die dann reisen konnten. Okay, aber jetzt, das ist schon eine innerparteiliche Wahl, oder? Erstmal. Die Vorwahlen sind innerparteiliche. Das heißt also, die Parteimitglieder wählen über diese Wahlmänner und Wahlfrauen die Kandidaten. Und die gehen dann quasi auf Tournee und werben quasi direkt bei ihren WählerInnen um Stimmen. Genau. Okay. Und jetzt kommt nämlich das zweite Mal, wann diese Wahlleute auftauchen. Denn auch bei der Präsidentschaftswahl wird nicht der Präsident oder die Präsidentin direkt gewählt, sondern auch hier gibt es wieder die Wahlleute, die gewählt werden. Die machen quasi das Electoral College aus. Das ist quasi die Gesamtheit der Wahlleute. Und das bedeutet, dass, obwohl eigentlich schon am Tag der Wahl oder nach den ersten Auszählungen oder nach den Auszählungen feststeht, wer gewonnen hat, ist es erst offiziell, wenn das Electoral College zusammenkommt, wenn dann die ganzen Wahlleute zusammenkommen am 18. Dezember, dann wird tatsächlich erst der Präsident gewählt. Also formell wird erst das Electoral College gewählt von der Bevölkerung und das Electoral College, die Wahlleute wählen dann den oder die Präsidentin am 18. Dezember. Und dann gibt es aber auch noch eine Tradition, die sagt, dass die Stimmen des Electoral College erst Anfang Januar ausgezählt werden vom Kongress der Vereinigten Staaten. Und erst dann ist sozusagen offiziell der Präsident gewählt und am 20. Januar ist die Inauguration, also der Amtsantritt des gewählten Präsidenten oder der gewählten Präsidentin. Das heißt also, eigentlich gibt es eine starke formelle Entkoppelung zwischen dem Wahltag und der tatsächlichen feststehenden Wahl. Und dazwischen können natürlich noch so Sachen passieren wie Neuauszählung und so weiter, bis dann eben tatsächlich der Präsident gewählt ist und im Amt ist. Und das ist so erstmal so der grobe zeitliche Ablauf übers Jahr hinweg. Und da gibt es jetzt natürlich eine ganze Reihe von Besonderheiten. Also das Jahr läuft eben so ab, vor Wahlen Anfang des Jahres, bis dann offiziell auf dem Bundesparteitag der oder die Kandidatin bekannt gegeben wird, dann Wahlkampf bis November, dann die Wahl der Wahlleute. Die Wahlleute wählen den oder die Präsidentin. Dann im Januar wird das alles ausgezählt und dann ist der Amtsantritt und dann ist quasi der ganze Prozess abgeschlossen und dann beginnt die Regierungsarbeit der neu gewählten Präsidenten. So, und das sind so ein paar von den Besonderheiten bei diesem System. Angefangen bei den Vorwahlen gibt es die sogenannten Caucasus oder ein, ich weiß gar nicht, ob es da deutsche Begriffe gibt. Und Caucasus ist ein allgemeiner Begriff für die Vorwahl. Aber in den USA gibt es da was Besonderes, dass in einigen Bundesstaaten, und ich werde das jetzt irgendwann nicht mehr immer dazu sagen, dass die Details fast immer unterschiedlich sind in den Bundesstaaten, dass dort die Leute sich zusammentun, die Parteimitglieder und sich in Tonhallen oder großen öffentlichen Räumlichkeiten treffen und dann dort darüber abstimmen, dass sie sich bei bestimmten Schildern aufstellen. Also da steht dann zum Beispiel in einer Ecke der Tonhalle ein Schild, da steht Bernie Sanders und in einer anderen steht Hillary Clinton und dann steht dann noch jemand, wo ich jetzt nicht weiß, wer noch demokratischer Kandidat oder Kandidatin war. Aber jedenfalls dann verteilen sich die Leute und gruppieren sich dann um diese Bereiche und die Leute, die sich nicht entscheiden können, die gruppieren sich halt um ein Schild, da steht drauf unentschlossen. Und dann beginnt eine Phase, wo über Vorträge und persönliche Gespräche quasi um diese Unentschlossenen geworben wird. Und dann versuchen die verschiedenen Camps, diese Unentschlossenen zu überzeugen, doch zu ihnen zu kommen und sich dazuzustellen und somit sozusagen die Wahl dann zu beenden und offiziell zu machen und sozusagen die Zahlen festzumachen. Und ja, das fand ich einen sehr spannenden Prozess, weil das ja hier gar nicht so passiert. Also es ist, man kann natürlich darüber diskutieren, dann ist die Wahl nicht mehr geheim und potenziell auch nicht mehr frei, weil du dann halt bestimmte so Gruppendynamiken hast, die da reinkommen. Aber gleichzeitig ist es halt ein extrem diskursiver Prozess. Ich lese gerade, also ich habe da so neben beiden Wiki Artikel offen und da steht, dass sie halt teilweise geheim, aber eben auch teilweise öffentlich sind. Wie du schon sagtest, da unterschiedlich vermutlich in den einzelnen Bundesstaaten. Genau, also es gibt auch in den Bundesstaaten, da sind die Vorwahlprozesse einfach nur über Papierzettel oder Wahlcomputer oder sowas. Aber es gibt eben auch noch dieses Format, das wirklich in das Gemeinschaftszentrum kommen oder in die Turnhalle der Schule kommen und dann dort ausdiskutieren, zu welchem Kandidaten man jetzt geht und darüber das dann festlegen. Finde ich einen spannenden Ansatz. Bringt natürlich Probleme mit sich dadurch, dass es halt eine relativ hohe Hürde der Teilnahme erzeugt. Also erstens einfach zeitlich. Wenn man irgendwo hingeht und seine Stimme kurz abgibt, dann braucht das weniger Zeit, als wenn man irgendwo hingeht, sich dann zu verschiedenen Gruppen zuordnet, das ausdiskutiert, dann vielleicht nochmal umstellt, nochmal mehr diskutiert und so. Das heißt also, nur Leute, die tatsächlich diese Zeit haben, da sich so zu engagieren, sind auch dann Teil dieser demokratischen Entscheidung. Es hat ja irgendwie was von der Papstwahl. Ja. Ich weiß nicht, ob es da so hitzig zugeht und ob man sich da um Schilder kopiert. Aber man wählt halt einfach so lange, bis ein Kandidat bei rumkommt. Und man diskutiert rum und man hat überhaupt nicht dieses sehr strukturierte, man geht da hin, man gibt seine Stimme ab, dann wird es ausgezählt und dann steht das Ergebnis fest, sondern es ist viel mehr Diskussion. Und ein anderes Problem ist natürlich, dass so soziale Interaktion ganz wichtig dabei ist. Und soziale Interaktion bringt halt auch immer so Probleme mit sich wie Diskriminierung oder sowas in der Art. Also wenn man sich nur vorstellt, was Leute erzählen aus dem Berufsumfeld, wo wenn Frauen irgendwas sagen in einem Meeting, das dann ignoriert wird, oder in den USA oder auch hier, wenn Leute mit anderer Hautfarbe oder so bestimmte Dinge äußern, dass es dann von anderen Leuten mit anderen Hautfarben anders aufgenommen wird oder ignoriert wird oder abgetan wird aus diesen Gründen. Und all das tritt dann halt hiermit zutage. All das sind dann Aspekte, da kann ich mir vorstellen, dass es bestimmte Communities gibt, bestimmte Gemeinschaften, wo es vielleicht nicht so viel Spaß macht, sich mit denen da zu treffen, wenn man selber eine kontroversere Position hat, wenn man sich damit halt auch angreifbar macht. Andersrum ist es halt eben wirklich so, dieses Ideal vom Diskurs, wir tauschen so lange Argumente aus, bis wir Menschen davon überzeugen, sich für bestimmte Positionen zu entscheiden. Also das war so die Vorwahl, so das Spezielle des Korkes, das sieht man nämlich dann eben auch manchmal so in Nachrichtenbildern oder so, wenn die sich dann eben Anfang des Jahres treffen und dann in diesen Turnhallen rumhängen. Das andere, was ich hier an den Besonderheiten betonen möchte, ist eben dieses Electoral College, also die Wahlleute. Diese Wahlleute stehen stellvertretend für ihre PräsidentschaftskandidatInnen und auch hier ist es so, dass eben abhängig von der Bevölkerungszahl der Bundesstaaten festgelegt wird, wie viele Wahlleute aus jedem Bundesstaat kommen. Und hier gilt aber wirklich fast überall das Winner-takes-it-all-Prinzip, weil wir jetzt halt weg sind davon, dass die Demokraten und Republikaner ihr eigenes Süppchen kochen können. Gilt jetzt einfach für alle. Oder fast alle, wie gesagt, es gibt immer weniger Ausnahmen. Das Winner-takes-it-all-Prinzip. Das heißt, wenn jemand mit knappen Vorsprungen in einem Bundesstaat gewinnt, gewinnt er oder sie alle Wahlleute aus diesem Bundesstaat. Jetzt muss ich noch mal einhaken, weil ich was nicht verstanden habe. Es heißt doch aber, wenn jetzt aus einem Bundesstaat zwei Kandidaten hervorgehen, einer für die Republikaner und einer für die Demokraten, vereinen die dann nach diesem Winner-takes-it-all-Prinzip beide gleich viele Wahlmänner hinter sich? Nee, das ist eben der Unterschied zwischen den Vorwahlen und den Präsidentschaftswahlen. Das habe ich vielleicht nicht gerade klar gemacht. Innerhalb der Partei laufen die beiden Prozesse quasi parallel. Dann ist es eben ja aus, dann kommen aus Georgia X-Wahlleute für die Kandidaten der Demokraten und Y-Wahlleute für die Kandidaten der Republikaner in den Vorwahlen. Und dann machen die das quasi innerhalb der Partei aus, wie das alles ausgerechnet wird. Das Electoral College ist jetzt nur für die eigentliche Präsidentschaftswahl zuständig. Und besteht aus 538 Delegierten. Das heißt, die Hälfte davon ist, glaube ich, 270, ist die Zahl, die sie immer erreichen wollen, um die Wahl zu gewinnen. Und die setzen sich eben dann für alle gemeinsam zusammen aus diesen Wahlleuten, aus den Bundesstaaten. Das heißt, wenn dann eben Demokrat gegen Republikaner antritt in einen Bundesstaat und der Republikaner gewinnt, bekommt der Republikaner alle Wahlleute aus diesem Bundesstaat für sein Konto gutgeschrieben. Und so kommen dann eben diese Wahlleute zusammen. Und das Ganze, wie ich vorhin schon angedeutet habe, führt eben zu so einer Entkopplung von der Gesamtzustimmung, also dem Popular Vote, was dann halt auch oft diskutiert wird. Sodass es dann zu einer Situation kommen kann, wo jemand die meisten Wahlleute vereint, sein kann, obwohl prozentual über das gesamte Land gesehen mehr Menschen für den anderen Kandidaten oder die andere Kandidatin gestimmt haben. Das ist zum Beispiel bei Trump so. Okay, aber eben weil, okay, das habe ich verstanden, weil eben es sein kann, dass er plötzlich sämtliche Wahlmänner hinter sich vereint, weil er halt als Abstimmungssieger aus einem Bundesstaat hervorgehen. Genau. Und das kann, ja, ja, ich verstehe. Also das heißt, deswegen kann es eben unverhältnismäßig sein, wenn man es auf die Gesamtzahl der Wahlmänner bezieht. Genau. Wenn man halt als, wenn man einige Staaten knapp gewinnt, bekommt man alle zugesprochen. Wenn jetzt aber sozusagen, die Republikaner gewinnen immer knapp und die Demokraten gewinnen immer haushoch, wo sie gewonnen haben. Ja. Dann kann sich das dann eben ergeben, wenn man dann alle Zahlen zusammennimmt, dass insgesamt mehr Menschen für die Demokraten gestimmt haben im gesamten Land, aber jeweils so auf den verschiedenen Bundesstaaten aufgeteilt, dass die Republikaner oft genug einen kleinen Vorsprung hatten, dass sie halt insgesamt genug Wahlleute zusammengebracht haben. Okay. Und das sind dann oft auch wirklich nur, auch im Popular Vote, nur Prozentpunkte an Unterschied zwischen denen. Ich glaube jetzt bei Trump waren das wenige Hunderttausend, was halt zwar viel klingt, aber die USA sind halt ein großes Land. Das heißt also, es ist ein relativ kleiner Anteil, aber trotzdem insgesamt halt mehr Leute, die eigentlich nicht für Trump gestimmt haben. Trotzdem hat er die Wahl gewonnen. Und das gab es ein paar Mal vorher schon. Ich glaube, George Bush Jr., also der Zweite, ist auch entgegen dem Popular Vote Präsident geworden. Da gab es ja eben auch diese Neuauszählung in Florida gegen Al Gore damals, wo dann eben auch am Ende feststand, dass mehr Menschen für Al Gore gestimmt haben, aber aufgrund des Electrical Colleges hat George Bush die Wahl gewonnen. Das bringt uns dann nämlich auch noch zu einem nächsten Aspekt, der da so ein bisschen mit reinspielt. Das sind nämlich diese Swing States. In den Bundesstaaten kann man an einigen Orten einfach vorhersagen, mit großer Sicherheit, wer da die Staaten holen will. Texas wird immer an die Republikaner gehen und Kalifornien wird immer an die Demokraten gehen. So wie in Deutschland. Wir wissen, dass auf absehbare Zeit in Bayern die Union die stärkste Kraft sein wird und in Niedersachsen die SPD. Wobei mit der SPD weiß man jetzt so langsam nicht mehr. Aber man konnte jedenfalls in der Vergangenheit über einen langen Zeitraum gab es Bundesländer, da wusste man relativ sicher, wer wird dort die meisten Stimmen bekommen. Und in anderen Bundesländern wusste man das nicht und auch in den USA weiß man das in manchen Bundesstaaten nicht. Und Florida ist ein Staat, der zum Beispiel zwischen den Jahren, zwischen den verschiedenen Wahlgängen immer wieder unterschiedlich gewählt hat. Das heißt, da kann man schlecht vorhersagen, da kann man nicht sagen, ah, Florida ist ein republikanischer Staat oder ein demokratischer Staat, sondern Florida wechselt. Und Florida hat nun aber relativ viele Wahlleute, nämlich 29 Wahlleute, die aus Florida kommen. Das heißt also, es ist ein relativ großer Teil für dieses Electoral College, der dort entschieden wird, der aber immer wieder wechselt. Das heißt, dort lohnt es sich Wahlkampf zu machen. Die Republikaner müssen in Kalifornien nicht groß Wahlkampf machen, weil sie dort keinen Blumentopf gewinnen. Und die Demokraten müssen nicht groß Wahlkampf machen in Texas. Aber in Florida lohnt es sich für beide sehr viel Wahlkampf zu machen, um eben diese Swing States für sich zu entscheiden. Und so sind dann diese Swing States in der Wahlnacht immer so das Zünglein eben an der Waage. Also man weiß halt schon, so und so viele Bundesstaaten gehen an die Demokraten und so viele Bundesstaaten gehen an die Republikaner, bevor man die erste Stimme ausgezählt hat. Und dann liegt es eben an den Swing States, die oft auch klein sind, dass man davon genug für sich entscheiden muss, um dann die Wahl zu gewinnen. Okay. Das heißt, nochmal für mich diese, weil du sagst, die Bundesstaaten gehen an den oder jenen Kandidaten. Das heißt, er muss innerhalb eines Bundesstaates welche Mehrheit erreichen? Nur mehr als der jeweils andere Kandidat. Also in keine Zweidrittelmehrheit oder sowas, sondern einfach mehr. Also 45 zu 40 zählt als Gewinn. Auch wenn quasi 45 Prozent weder eine, was ist das, qualifizierte Mehrheit noch eine absolute Mehrheit ist. Das heißt aber, das heißt aber doch, also wenn, ich mache jetzt mal so einen blöden Gedankenkonstrukt, weil ich versuche das zu verstehen. Wenn jetzt du quasi einen Bundesstaat halt 45-55 hast und es gewinnt quasi Partei B und dem anderen hast du es genau umgekehrt, würdest du die quasi zusammenwerfen, wäre es ja unentschieden. Ja. Ja, und das ist aber nicht so. Also du hast ja, du hast ja quasi, du entscheidest Staaten, Bundesstaatenweise sozusagen. Genau. Und das heißt dann, also wenn es zum Beispiel zwischen Kalifornien und Texas ist, weil das jetzt, weil die Staaten sind, die ich auf der Karte erkenne. Ja, weil in Deutschland ist es ja schon so, dass im Prinzip alle Bundesländer, alle Stimmen aller Bundesländer ausgezählt und in einen Topf geworfen werden, um das Parlament zu bestimmen. Genau. Und das wäre ja quasi dann so, als würdest du, ja, nur die Mehrheiten in den einzelnen Bundes, ja, und dann müsstest du nicht mal eine, mhm, mhm, es wäre so, als würdest du sagen, Bayern hat jetzt den größten Bevölkerungsanteil und deswegen kriegt Bayern jetzt eben, ich weiß jetzt nicht, wie viel Prozent sagen wir, Bayern sind 15 Prozent der deutschen Bevölkerung leben in Bayern, das heißt, 15 Prozent der Parlamentssitze werden an bayerische Delegierte vergeben und jetzt gewinnt jemand in Bayern und der kriegt dann alle 15 Prozent der Sitze, weil er die meisten Stimmen in Bayern hat. Okay. Und somit geht dann quasi Bayern zum Beispiel an die Union und in Niedersachsen sagt man jetzt, das ist jetzt das, keine Ahnung, zweitgrößte Bundesland, ich weiß es nicht, die kriegen 12 Prozent der Sitze, dort gewinnt jetzt die SPD, das heißt 12 Prozent der Sitze im Parlament gehen jetzt schon mal an die SPD und so baut man sich das dann so nach und nach zusammen und entscheidet quasi in jedem Bundesstaat, geht es an A oder B und summiert das dann so auf. Und nur, dass das halt jetzt in den USA nicht am, also nicht am Bevölkerungsanteil gemessen wird, sondern an der Anzahl der Wahlleute. Genau, wobei die Anzahl der Wahlleute halt abhängig ist von der Bevölkerung. Also, das heißt, große Staaten wie Texas haben 38 Wahlleute, kleine Staaten wie, ich glaube, es ist eins von den Carolinas auf dieser Karte, bin ich mir nicht sicher, hat drei. Das heißt also, wenn du als Demokrat Carolina gewinnst, hast du halt immer noch nur ein Zehntel der Wahlleute wie die Republikaner, die Texas gewonnen haben. Und somit gibt es eben umkämpftere und weniger umkämpfte Bereiche, aber wenn es dann hinterher um diese Swing States geht, können halt auch diese Kleinen sich aufsummieren und entscheidend sein, weil es halt oft sehr knappe Entscheidungen sind, auch bei den Wahlleuten. Also, dass man wirklich nur knapp über diese 50 Prozent der Wahlleute rüberkommt, um dann diese Wahl zu gewinnen. Und da ist dann wirklich, ob man dann einen von den sozusagen Flyover States, wie sie heißen, diese kleinen Bevölkerungs- mäßig kleinen Staaten im Zentrum der USA, ob man die gewinnt oder verliert, kann dann trotzdem entscheidend sein für die Wahl, obwohl andere Staaten halt einfach viel mehr Wahlleute haben, für die ausgesendet werden. Und das ist halt auch das, warum es immer wieder so viel Diskussion gibt und so, weil das halt so ein abstraktes oder nicht abstrakt, aber so ein komplexes System ist, weil eben Prozente dadurch entkoppelt werden, also Bevölkerungs- Zustimmungsanteile von dem Ergebnis entkoppelt werden, weil man eben dieses Winner-Text-It-All-Prinzip dazwischen hat. Würde man jetzt einfach sagen, du kriegst, wenn du 40 Prozent der Stimmen in Texas hast, kriegst du 40 Prozent der Wahlleute von Texas, dann hätte man viel stärker so eine proportionale Zuordnung von Bevölkerungsstimmen zu denen dann am Ende. Also dann hat man halt im Prinzip nur noch die Rundungsungenauigkeit, die dann da eine Unschärfe reinbringt, aber es ist relativ dicht an den reellen Prozenten, die in den Wahlen erzielt worden sind. Ja, dann wird ja auch, das wird ja auch dann so ein bisschen, ich überlege jetzt gerade, ob ich jetzt Blödsinn erzähle, aber wird das dann nicht auch so ein bisschen von der Wahlbeteiligung entkoppelt? Ja. Weil, ja. Wobei das ja auch bei uns so ist, ob jetzt 60 Prozent oder 80 Prozent zur Wahl gehen würden, hat keinen Einfluss darauf, wie viele Leute tatsächlich ins Parlament kommen. Aber ja, die Wahlbeteiligung spielt also da sehr wenig mit rein. Genau, das heißt jetzt, also das ist, wir haben jetzt so ein grobes oder hoffentlich schon ein bisschen mehr als grobes Verständnis davon, wieso die Abläufe sind und jetzt möchte ich so ein bisschen auf Aspekte eingehen, wo ich, also bis jetzt ist es ja alles mehr oder weniger neutral, man kann dem Electoral College kritisch gegenüberstehen, das wurde aber mit Absicht so designt, wie es ist, weil damals, als die Verfassung geschrieben wurde, hatte man große Angst vor Demagogen und man wollte halt nicht, dass jemand, der es schafft, 60 Prozent der Bevölkerung hinter sich zu vereinen, dann zum Präsidenten gewählt werden kann direkt, sondern dass es eben über dieses Electoral College eine Zwischenstufe gibt, wo man gesagt hat, dort sind dann die vernünftigen Gentlemen, die zusammenkommen und dann eine, eine quasi keine hitzige oder keine hitzköpfige Entscheidung treffen, sondern überlegt und mit Vernunft und Weisheit sich dann dazu entscheiden, weil das Electoral College theoretisch dazu in der Lage ist, sich halt auch von ihrem Mandat zu entfernen. Das gab es auch bei Trump zum Beispiel, da gab es Leute, die wurden als republikanische Delegierte gewählt, haben dann aber nicht für Trump gestimmt, weil sie gesagt haben, Trump ist kein guter Kandidat für das Amt und die haben dann für Hillary Clinton gestimmt, bei der, als es dann eben dazu kam, dass das Electoral College die Leute wählen soll und das ist quasi der Gedanke dahinter, dass wenn, wenn jemand Schreckliches einen Großteil der Bevölkerung hinter sich versammeln kann, dass das Electoral College zumindest die Option hat, als so eine Art Sicherheitsfaktor dazwischen zu fungieren und sozusagen, ja, Demagogen und Despoten zu verhindern. Ist ja ungefähr so wie, ja, ist ja nett, dass ihr euch jetzt einen Präsidenten ausgesucht habt, jetzt lasst uns mal richtig wählen. Genau, das ist nämlich genau das, wozu ich jetzt komme, nämlich der gesamte Punkt, wie diskriminiert das Wahlsystem, um den Status Quo zu erhalten. Da gibt es nämlich eine ganze Reihe von Aspekten. Das erste, was ich erwähnen möchte, ist, wie, welche Menschen dürfen überhaupt wählen und wie lange dürfen sie das schon. In den USA gab es im Mitte des 19. Jahrhundert einen Zusatz zur Verfassung der schwarzen Männern das Wahlrecht zusprach. Allerdings haben dann sofort alle Bundesstaaten Maßnahmen ergriffen, um das de facto zu verhindern. Das heißt, bis in die, bis Martin Luther King quasi, bis zur schwarzen Bürgerrechtsbewegung, habe ich irgendwo eine Zeit, ich glaube, 1940, haben nur drei Prozent der konstitutionell wahlberechtigten schwarzen Männern oder schwarzen Menschen überhaupt eine Stimme abgegeben. Das heißt, 97 Prozent der Schwarzen konnten de facto nicht wählen, aufgrund von vielen Regeln. Da gab es zum Beispiel Regeln, dass man nachweisen musste, dass man lesen und schreiben kann. Wenn man bedenkt, dass die Schwarzen lange keinen Zugang hatten zu Bildung oder wenn, dann nur zu sehr schlechter Bildung, hat man so effektiv Leute diskriminiert, die eben aus schwarzen Communities kamen, weil die keine Chance hatten, das richtig zu lernen. Es gab sowas wie Voter Taxes, wo man eben Geld bezahlen musste bei der Stimmabgabe oder es wurden Dokumente verlangt, die besonders in schwarzen Haushalten nicht zu finden waren. Und somit hat man sie systematisch von der Wahl ausgeschlossen, bis eben die Bürgerrechtsbewegung dazu geführt hat, dass in den 70ern die tatsächlich wählen durften, also tatsächlich nicht mehr gehindert werden durften, daran ihre Stimme abzugeben und ihr Verfassungsrecht wahrzunehmen. Das ist ja quasi exemplarisch für die systemische Diskriminierung der schwarzen Bevölkerung, dass zwar auf dem Papier gleiche Rechte haben, aber de facto den Menschen halt so viele Hindernisse in den Weg gestellt werden, dass diese Gleichberechtigung einfach nur etwas ist, was auf dem Papier steht. Ja. Eine andere Bevölkerungsgruppe, die erst seit 100 Jahren wählen darf, sind Frauen. Ich habe mir aufgeschrieben, weiße Frauen dürfen in den USA erst seit 100 Jahren wählen, seit 1920. Das ist zwei Jahre später als in Deutschland. In Deutschland wurde 1918 das Frauenwahlrecht eingeführt. Nur mal so als Vergleichswert. Also wenn man jetzt sagt, erst seit 100 Jahren, Deutschland ist ja nicht viel besser. Wir haben auch viel zu spät erst das Frauenwahlrecht eingeführt. Genau, aber das heißt halt, dass schwarze Frauen durften halt vorher auch, und ich will, die waren halt eben da an der Stelle doppelt diskriminiert vor 1920 und auch erst mit der Bürgerrechtsbewegung, erst seit den 70er Jahren, dürfen auch schwarze Frauen oder sind schwarze Frauen de facto in der Lage, ihre Stimme abzugeben. Jetzt, und dazu kommen dann noch etliche ähnliche Strukturen, die existieren, um zum Beispiel indigene Bevölkerung davon abzuhalten, zu wählen, indem man auch da bestimmte Dokumente verlangt, Geburtsurkunden oder sowas, die dann halt häufig in indigenen Gemeinschaften so nicht existieren, weil die halt andere interne Strukturen haben, aber dann sagt halt eben der Bundesstaat um drüber so, ja, ist uns egal, ihr braucht diese und jene Voraussetzungen, damit ihr überhaupt eine Stimme abgeben könnt und diskriminiert so indigene Bevölkerung und auch das ist erst nach der Bürgerrechtsbewegung nach und nach besser geworden. Es hat noch mal eine ganze Weile länger gedauert als bei der schwarzen Bevölkerung. Das Traurige ist, dass wir jetzt nicht sagen können, aber ist ja jetzt seit den 70er Jahren, jetzt ist ja alles gut, denn spätestens seitdem Obama sich zur Wahl gestellt hat und es geschafft hat, eine große Menge an schwarzen Menschen hinter sich zu vereinigen, haben gerade republikanisch regierte Staaten wieder viel stärker versucht oder nicht nur versucht, sondern auch erfolgreich die Hürden hochzusetzen, um ganz gezielt Schwarze und andere Minderheiten daran zu hindern oder es zumindest weniger wahrscheinlich zu machen, dass die ihre Stimme abgeben, denn die werden vermutlich nicht republikanisch wählen, das heißt, wenn man einfach nur es schafft, dass die gar nicht zur Wahl gehen oder nicht erlaubt sind, zur Wahl zu gehen, dann nimmt man den Demokraten Stimmanteile weg und das machen die relativ erfolgreich, also da gibt es dann eben auch wieder, man muss ein valides Identifikationsdokument haben, um zur Wahl zugelassen zu sein, aber in den USA gibt es keinen Personalausweis wie bei uns, das heißt, da sind dann sowas wie der Führerschein ein Ausweisdokument, aber ein Führerschein kostet Geld oder kann einem auch abgenommen werden, das heißt also, Menschen aus schlechter gestellten sozioökonomischen Schichten sind weniger wahrscheinlich, dass die einen Führerschein haben, das heißt, wenn sie kein Ausweisdokument haben, dürfen sie nicht wählen oder Geburtsurkunden, das ist so ein Punkt, der immer wieder aufgebracht wird, Menschen, die, was heißt evicted auf Deutsch, die quasi aus ihren Mietwohnungen rausgeschmissen werden, und dann obdachlos sind für eine Weile oder langfristig, die verlieren dann halt oft auch den Zugang zu den Dokumenten, wenn du das Nötigste mitnehmen kannst, dann denkst du nicht unter Umständen nicht daran, deine Geburtsurkunde mitzunehmen und somit verlieren die ihr Wahlrecht. Dann, wenn man unter gewissen Voraussetzungen kann man als Straftäter, wenn man straffällig geworden ist, das Wahlrecht verlieren, in den USA ist die schwarze Bevölkerung überdurchschnittlich stark in den Gefängnissen vertreten, weil sie überdurchschnittlich stark polizeilich verfolgt werden und verurteilt werden. Das heißt, auch auf diese Weise wird die schwarze Bevölkerung daran gehindert oder der Anteil derjenigen, die überhaupt wählen können, wird verringert. Da gibt es einen Haufen mehr oder weniger offensichtlicher Strategien, um bestimmte Bevölkerungsgruppen, vor allem schwarze, aber auch viele andere Minderheiten, Latinos, indigene Bevölkerung, daran zu hindern, tatsächlich das Wahlrecht wahrzunehmen. Das ist etwas, was ich ziemlich bestürzend finde. Wenn ich jetzt schon mal ein bisschen werten darf, und ich glaube, ist auch schon ein bisschen durchgekommen, das ist sehr, sehr schlecht und ein sehr großer Nachteil von dem Wahlsystem, wie das ist. Und wie gesagt, das sind halt nicht Sachen, die aus Versehen passiert sind durch Unachtsamkeit beim Aufstellen der Regeln, sondern das sind Dinge, die aktiv verfolgt werden. Das sind Dinge, die aktiv umgesetzt werden. Das sind bewusste Entscheidungen, die da getroffen werden. Genau, und das hilft halt dabei, so den Status Quo zu erhalten und da gibt es eben noch einige andere Aspekte. Das, was wir am Anfang schon gesagt haben, eben das Zwei-Parteien-System verhindert eben, dass neue Parteien überhaupt eine Chance haben, mitzugestalten. Wenn du, um überhaupt Wahlleute zu bekommen, den gesamten Bundesstaat gewinnen musst, dann kannst du dir vorstellen, dass du, wenn es zwei große Parteien gibt, wenn jetzt eine dritte Partei kommt, die Grünen oder, ja, also die Green Party ist so eine Partei in den USA, die da immer wieder das versucht, die haben einfach keine Chance, die meisten Stimmen zu erhalten in den Bundesstaat und dementsprechend haben die einfach keine Vertretung bei den Wahlleuten. Und wie schon gesagt, das wurde mal absichtlich etabliert, dieses Zwei-Parteien-System, um halt so eine Stabilität reinzubringen, aber gleichzeitig verhindert das eben auch, dass Leute, die sich nicht in Demokraten und Republikanern repräsentiert fühlen, die können nicht mit einer eigenen Partei antreten, was in Deutschland ja möglich ist. Wir haben zwar die 5-Prozent-Hürde, die das schwerer macht, aber wir haben ja in den letzten Jahren gesehen, die AfD ist eine Partei, die gab es vor, ich weiß nicht, 10, 15 Jahren gab es die definitiv noch nicht und jetzt sind die in den Parlamenten vertreten. Die Grünen sind in den 80ern aufgekommen, gab es vorher nicht und haben es über die 5-Prozent-Hürde geschafft und dann nach und nach eben an Unterstützung gewonnen, sodass jetzt sogar diskutiert wird, dass es möglich ist, dass wir demnächst einen grünen Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin haben können. Es ist zumindest denkbar. Das ist halt in den USA nicht denkbar, dass eine grüne Partei oder eine andere dritte Partei aufkommt und dann nach 20, 30 Jahren tatsächlich einen Präsidenten stellen könnte. Was irgendwie total absurd ist. Ja, also dass du dich halt nur, weiß ich nicht, aus der Wahrnehmung so zwischen Pest und Cholera entscheiden kannst, wenn es dumm läuft. und da haben wir schon eine ziemliche Parteienvielfalt in Deutschland, da sind wir sehr verwöhnt. Du kannst ja auch die Grauen Panther wählen. Ich meine, selbst wenn die wahrscheinlich nicht über die 5-Prozent-Hürde kommen werden, hast du ja immer noch die Möglichkeit, deinem Wählerwillen quasi entsprechend Ausdruck zu verleihen und in Amerika, wenn dir halt beide nicht zusagen, hast du nur das Recht, nicht wählen zu gehen. Und dann hast du halt auch nichts irgendwie, also weiß ich, was es bringt. Und dann könnte man natürlich auch sagen, naja, man kann ja in den Vorwahlen kann man den progressiven Kandidaten oder Kandidatin wählen. So jemand wie Bernie Sanders zum Beispiel, der sehr für die USA sehr weit links stand. Wahrscheinlich in Deutschland wäre er so ein gemäßigter Sozialdemokrat. in den USA ist er Linksextremist. Dann könnte man den wählen. Allerdings gibt es gerade bei den Demokraten und ich glaube auch bei den Republikanern bei der Aufstellung der Wahlleute immer schon einen Pool an Wahlleuten, der halt in dieser Summe mit drin ist, der vom Establishment bestimmt wird. Also von bestimmten Parteiführungskräften werden diese Wahlleute ausgewählt und die stimmen sozusagen für den Establishment-Kandidaten oder die Kandidatin. Das bedeutet, wenn man jetzt ein Newcomer ist und man möchte, man versucht eben dort zu gewinnen, dann muss man zuerst erstmal nur ein Äquivalent an Wahlleuten schaffen, die ohnehin sozusagen per Default sind. Das ist so, als startet quasi der Establishment-Kandidat oder die Kandidatin mit einem Bonus von 5% oder was. Ich weiß nicht, wie viele Wahlleute das sind, aber eben ein paar. Aber es starten die quasi mit einem 5%-Bonus, während der progressive Kandidat mit 0% erstmal loslegt. Und das heißt, dementsprechend nicht nur mehr haben muss bei der Bevölkerungsabstimmung als der Establishment-Kandidat, sondern auch noch zusätzlich diese Establishment-Prozente überwinden muss. Was eben auch wiederum bedeutet, dass die Leute, die in die gewohnten Strukturen passen, auch immer wieder in diese Strukturen gewählt werden. Wobei natürlich Newcomer im Falle von Bernie Sanders natürlich mit 79, aber ich weiß, was du meinst. Also er kommt von einem vermeintlich eher unbedeutenden Spektrum politischen am linken Rand. Aber der hat ja schon eine sehr beachtliche politische Karriere hinter sich. Aber ja, es ist ja gerade das Absurde, weil solche Leute, die dann plötzlich irgendwie so progressive Ansichten vertreten, dann einfach so vollkommene Außenseiter sind. Und wenn die dann irgendwo in irgendeinem Wahlkreis oder in irgendeinem Bundesstaat dann mal zu den Siegern ringen können, dann ist das ja gleich mal ein absoluter, wie sagt man denn, eine absolute, eine herausragende, ein herausragendes Ereignis, wenn das passiert. Aber hat man ja gesehen, wie chancenlos die letztendlich sind. Die dann letztendlich, glaube ich, an diesem Electoral College scheitern, oder? Das ist ja, glaube ich, so ein, da ist dann eine Endstation. Oder ist Bernie Sanders damals schon vorher gescheitert? Ich bin mir nicht sicher, ob er sich vorher aus dem Rennen zurückgezogen hat, als er, ich glaube, als er einige Vorwahlen verloren hat oder zumindest halt nicht genug gewonnen hat, dass der Abstand zu groß war, ist er, dann hat er sich zurückgezogen, um sozusagen andere Kandidaten zu stärken. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, aber da könnte ich falsch. Okay. Aber das ist dann halt so ein typisches Verfahren, dass dann in den Vorwahlen die Leute, die halt schlecht abschneiden, dann sagen, okay, wenn die Hälfte der Vorwahlen rum sind, sagen die, okay, ich habe jetzt keine Chance mehr, ich bin raus. Und dann geben sie vielleicht noch eine Wahlempfehlung für ihre Anhänger in den Staaten, die noch nicht abgestimmt haben und sagen, wählt nicht mich, wählt vielleicht jemand anderes, der oder die noch eine Chance hat, dieses Rennen für sich zu entscheiden. Ein weiterer Diskriminierungsfaktor ist halt, dass die Wahlen an einem Dienstag stattfinden. Das war mal total gut für die landwirtschaftliche Bevölkerung. Heutzutage diskriminiert das halt vor allem die arbeitende Bevölkerung, weil die sich freinehmen müssen vom Job, um dahin zu gehen. Das ist in manchen Bundesstaaten ist der Wahltag ein offizieller Feiertag. Das bedeutet, das ist wie ein Sonntag. Das heißt, die Leute müssen nicht arbeiten, sie können wählen gehen. In anderen Bundesstaaten gibt es Verpflichtungen an die ArbeitgeberInnen bezahlten Urlaub zu geben. Das heißt, Leute können sich freinehmen. Ich glaube, das waren bis zu zwei Stunden können sie sich freinehmen, sollte ihre normale Arbeitszeit nicht gestatten, rechtzeitig zur Wahl gehen zu können und dafür kriegen sie quasi Sonderurlaub. Es gibt aber auch Bundesstaaten, die keinerlei Regeln in der Richtung haben. Da bedeutet es halt, wenn du es dir leisten kannst, nicht zur Arbeit zu gehen, dann kannst du wählen. Wenn du aber, um deine Miete zu bezahlen, du jeden Tag deine volle Schicht machen musst, kannst du nicht zur Wahl gehen, weil du dann eben sonst deinen Job verlieren würdest. Das heißt, das diskriminiert auch wiederum die niedrig verdienende, arbeitende Bevölkerung und auch das ist Absicht, denn es gab reichlich Bestreben, das zu ändern, denn nur weil es historisch so gewachsen ist, muss man das ja nicht für immer so machen. Man könnte das auf den Sonntag legen oder so, aber das wurde ja immer wieder blockiert, diesen Wahldienstag umzulegen, weil man eben weiß als Republikaner, dass die Leute, die da nicht zur Wahl kommen können, vermutlich eh demokratisch wählen würden. Einfach von den Wahrscheinlichkeiten her. Es gibt zwar sowas wie Briefwahl und auch etwas, das nennt sich Early Voting, da kann man teilweise viele Wochen im Voraus schon seine Stimme abgeben an bestimmten Orten, aber auch das ist wiederum sehr unterschiedlich von Bundesstaat zu Bundesstaat. In Oregon, das ist ein Bundesstaat im Nordwesten, da ist zum Beispiel nur Briefwahl. Da gibt es gar keine Wahllokale, in die man reingeht, sondern da gibt es nur Briefwahl, während es in anderen Bundesstaaten keine Briefwahl gibt oder nur unter hohen Auflagen und Schwierigkeiten. Also da gibt es dann eben auch, das ist auch eine absichtliche Verzerrung. Also ich weiß nicht, wie du das handhabst, aber ich bin ein sehr großer Fan von Briefwahl, weil selbst wenn ich jetzt, keine Ahnung, Sonntag frei habe, wie die meisten und wahrscheinlich auch im Land bin, habe ich ja keinen Bock, mich mit den ganzen Wahlberechtigten nach der Kirche in eine Schlange einzureihen, sondern ich fordere eigentlich. Mittlerweile geht das auch digital bei uns. Digitale, was heißt das, dass der Wahlzettel angefordert wird? Du kriegst eine Benachrichtigung, da kannst du einen Barcode einscannen oder einen QR-Code und dann zack, boom, kriegst du zugeschickt. Ich glaube, das war bei uns auch so beim letzten Mal. Aber also ich bin da hin und her gerissen. Ich mag es, in die Wahllokale zu gehen, einfach nur, weil es dann mal witzig ist, in die nächste Grundschule reinzugehen und zu gucken, wie es da aussieht und dann seine Stimme abzugeben. Das hat irgendwie so ein schönes Ritual. Ich habe aber auch schon Briefwahl gemacht in der Vergangenheit, weil es praktischer war. Und ja, ich mag es sehr, wie einfach das ist und wie sehr man eben die Wahl hat in Deutschland, dass man sich entscheidet für das, was einfach besser passt für einen selber. Das heißt, also ja, dass ich meine, in meiner Wahrnehmung existieren sehr viel weniger Hürden in Deutschland als in den Vereinigten Staaten, um an der Wahl überhaupt teilzunehmen. Ja, das würde ich jetzt doch, das würde ich jetzt doch wohl auch mal behaupten. Also ich weiß jetzt nicht, was die Voraussetzungen in Deutschland konkret sind, aber ich glaube, also fester Wohnsitz, Wohnsitz musst du haben. Du musst quasi gemeldet sein. Ja, und wenn du gemeldet bist, dann hast du ja wahrscheinlich auch entsprechende Dokumente. Also das scheint mir wohl das Einzige zu sein, ja. Genau, du musst einen deutschen Pass besitzen und du musst gemeldet sein. Und selbst wenn du wohnungslos bist, kannst du einen Antrag darauf stellen, auch wählen zu dürfen. Ich weiß nicht, was dann da die Voraussetzungen sind, aber wenn du keinen festen, gemeldeten Wohnsitz hast, kannst du trotzdem bis zu 21 Tage vor der Wahl einen Antrag stellen und dann, aber du sagtest gerade schon quasi digital und ich bin da so ein bisschen zusammengezuckt, weil ich großer Fan des analogen Wählens bin in Deutschland. In den USA sind Wahlcomputer sehr weit verbreitet. Es sind eigentlich der Standard. Okay, das wusste ich. Die Wahlcomputer sind auch wiederum sehr unterschiedlich in den verschiedenen Bundesstaaten. Manche machen noch, drucken eine Kopie des Abstimmungsergebnisses aus, das man mitnehmen kann als Bestätigung. Manche Wahlcomputer drückt man auf einem Display, auf den Kandidaten, den man wählen möchte und der Computer stanzt dann eine Lochkarte aus, die dann automatisiert ausgezählt werden kann und einen Haufen Sachen dazwischen. Ich glaube, es gibt noch keine rein elektronische Übermittlung und Sammlung aller Daten, aber da könnte ich auch falsch liegen, aber es gibt eben Wahlcomputer und Wahlcomputer erschweren per Design die öffentliche Nachverfolgbarkeit der Wahl. Man kann sich eben in Deutschland nach der Wahl kann jede und jeder sich hinstellen ins Wahllokal und zusehen, wie die Zettel ausgezählt werden. Das ist ein wichtiges demokratisches Recht und Prinzip, dass man halt, dass jede Bürgerin dazu berechtigt ist, die Wahl selber zu überwachen. Das geht natürlich nicht mit dem Wahlcomputer, wie will man überwachen, dass in dem elektronisch gespeicherten Verzeichnis die richtigen Zahlen gespeichert worden sind, als sie eingegeben worden sind. Es gibt ja auch immer wieder, der Chaoscomputer Club hat auch schon Wahlcomputer gehackt und gezeigt, was sie für Schwachstellen haben, also sie sind sehr umstritten in den USA allerdings nicht so sehr, dort werden sie in der Breite eingesetzt und fügen halt eine weitere Intransparenz diesem Wahlsystem hinzu, weil man sich nicht daneben stellen kann bei der Auszählung und es führt dann zu so Effekten wie in, ich glaube in 2000, als eben Al Gore gegen George Bush angetreten ist und in Florida neu ausgezählt werden musste, dass es gar kein richtiges Verfahren gab, um diese Stimmen erneut auszuzählen. Da gab es Säcke von Stimmzetteln, die in nicht abgeschlossenen Räumen gelagert worden sind, wo dann nicht nachgewiesen werden konnte, dass niemand Zugang hatte zu den Säcken, um da Zettel rauszunehmen oder hinzuzufügen. Lauter so eine Dinge. Also es ist nicht mehr so, dass es bei denen jetzt reibungslos und alles toll funktioniert und sie sich viel Zeit und Energie sparen. Im Gegenteil, es gibt immer wieder große Kontroversen um Neuauszählungen, weil eben diese Systeme anfällig sind und nicht besonders transparent. Der nächste Faktor, den man nicht unerwähnt lassen kann, ist Geld. Möchtest du mal so eine Schätzung abgeben, wie viel Geld 2016 der Wahlkampf, also insgesamt alle KandidatInnen zusammengerechnet, wie viel Geld dort ausgegeben wurde für den Wahlkampf? Also ich habe vorhin eine Zahl gelesen, als ich die Vita von Bernie Sanders überflogen habe, um sein Geburtsdatum rauszufinden. Er alleine und er, ich weiß, dass er nicht zu den potentesten Kandidaten gilt, was seine Finanzausstattung betrifft. Da hat er 2020 10 Millionen Dollar an Spenden eingesammelt. Vier Jahre zuvor, bla bla bla, weiß ich jetzt nicht. Aber sagen wir mal 10 Millionen und er ist nicht, also alle Kandidaten, also ich würde, also ich würde schätzen, dass wir da schon irgendwie so im, 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 im dreistelligen Millionenbereich sind. Da ist locker nochmal ein Faktor 10 drauf. Das sind 2,7 Milliarden Dollar gewesen, die 2016 für den Wahlkampf ausgegeben worden sind. Wow. Im Vergleich zur Bundestagswahl im gleichen Zeitraum, wurden 65 Millionen ausgegeben. Das entspricht in Deutschland pro Kopf ungefähr 80 Cent und in den USA in der Größenordnung von 10 Dollar pro Kopf, die dort ausgegeben worden sind. Das bedeutet, man muss es sich leisten können, um Präsidentschaftskandidat zu werden oder Kandidatin. es gibt zwar historisch Präsidenten, die nicht besonders vermögend waren und es trotzdem geschafft haben, aber das waren immer Ausnahmefälle. George Washington, ich weiß nicht, ob es der erste oder einer der ersten Präsidenten ist, ich kenne mich da in der Geschichte nicht so gut aus, der gehörte damals zu den reichsten Menschen der USA, als er Präsident wurde. Also es ging von Anfang an war das Amt ein Amt für die Reichsten der Reichen in den Vereinigten Staaten. Bill Clinton ist ein Präsident der jüngeren Vergangenheit, der nicht als Multimillionär ins Rennen gestartet ist. Er war damals Gouverneur von einem Bundesstaat und seine Frau Hillary hat als Anwältin mehr verdient als er als Gouverneur von diesem Bundesstaat. Und das heißt, die sind nicht mit einem riesigen Vermögen da reingestartet und haben trotzdem gewonnen. Aber seitdem die alle anderen Kandidaten waren Millionäre, mindestens, wenn nicht sogar Multimillionäre oder schon in Richtung, ich weiß nicht, ob Milliardär, aber auf jeden Fall Millionäre. Woher bekommen die denn ihr Geld? Nicht alle Staaten, also nicht alle geben ja ihr eigenes Geld aus, sondern sie befinanzieren sich über Spenden. Es gibt zwar Möglichkeiten, öffentliche Mittel zu bekommen, so ähnlich wie es eben in Deutschland ist. Da kriegen die Parteien, es ist klar geregelt, wie die Parteien finanziert werden können. Das gibt es zwar in den Vereinigten Staaten, wird aber fast nicht genutzt, weil es einerseits Auflagen gibt, wie viel Geld man bekommen kann und ja, es halt komplizierter ist und einfacher ist es, das Geld von Privat einzuwerben. und eigentlich gibt es eine Obergrenze von persönlichen Spenden, die ist bei, ich weiß nicht, wenigen tausend Dollar, also wenn jetzt so ein Unternehmen jemand unterstützen möchte, ist theoretisch es nur möglich, keine Ahnung, 3000 Dollar zu geben oder so pro Person, aber es gibt super PACs, ich weiß gar nicht genau, wofür das PAC steht, PAC, das sind so Organisationen zur Wahlkampffinanzierung und seit 2010 können die unbegrenzt viel Geld von Privatpersonen an die Kandidaten channeln, das heißt also, das Geld fließt über verschiedene Wege in diese Super PACs und die Super PACs können das in großen Haufen an die Kandidaten weitergeben. Political Action Committee. Ah ja, und da kannst du dir dann vorstellen, wie einfach das ist für ein Unternehmen, da große Summen an bestimmte Kandidaten fließen zu lassen, für die dann bestimmte Gegenleistungen später erwartet werden. Natürlich ist es schwierig nachzuweisen, dass es so eine direkte Absprache und sozusagen so eine klare Korruption an der Stelle gibt, aber man kann sich schwer vorstellen, dass ein Präsident unabhängig ist von den größten Unternehmen in der Wirtschaft, wenn die viele Millionen in das Superpark reingesteckt haben, damit derjenige die Wahl gewinnen kann. Der wird dann einfach inhärent ein Interesse haben, das auf irgendeine Weise sozusagen zurückzuzahlen und sei es nur durch quasi freundlich gesinnte Gesetzesgebung. Und bei Trump muss man sich da keine Vorstellung machen, ob das jetzt irgendwie vielleicht und möglicherweise irgendwelche Vorzugsbehandlungen gibt. Der ist ja jeden Tag, macht er einfach, was er will und zerstört und fördert Wirtschaft und Kollegen, wie er mag und bringt das Geld aus öffentlichen Töpfen in die Hände, in die Taschen von Privatleuten und das macht er bestimmt nicht, weil er so nett ist zu denen, weil das so gute Freunde sind, sondern weil die ihn ordentlich bezahlt haben. Allerdings hat Donald Trump auch viele seiner Wahlkampfkosten aus eigener Tasche von Anfang an bezahlt, was wirklich nicht viele Kandidaten machen. Was hier steht, finde ich jetzt auch interessant, weil ich eben gerade nachgeschlagen habe, was die Abkürzung bedeutet. Hier steht, dass es schon Limitierungen gibt, dass die eigentlich diese Pax nur 5000 Dollar pro Kandidat und Wahl spenden dürfen, wobei Vorwahlen und die eigentlichen Wahlen getrennt zählen und 15.000 Euro pro Jahr in eine Partei, 5000 Euro pro Jahr in ein anderes Pack. Also ein anderes Pack. Aber, und das scheint dann wohl der Knackpunkt zu sein, sie können unbegrenzt Geldmittel einsetzen, um eigene Anzeigen zu schalten oder auf sonstigen Wegwerbungen für ihren Kandidaten zu betreiben. Also die machen quasi selber Wahlkampf für ihren Kandidaten um diese Spendenlimit da irgendwie zu umgehen. Und ja, an den Summen, die da eben umgesetzt wird, sieht man halt, wie viel das dann auch stattfindet. Und es gibt dann natürlich auch ganz viel Schmierkampagnen und jetzt mit über Social Media ganz viel eben gezielte Kampagnen zur Beeinflussung von WählerInnen. Ist also, ja, es gibt eine sehr enge Verflechtung von Wirtschaft mit den KandidatInnen und man muss halt wirklich sehr viel Geld mitbringen, um da mitspielen zu können. Bernie Sanders, über den wir ja schon ein paar Mal gesprochen haben, ist einer der wenigen, der nicht diese Großspenden eingesammelt hat, sondern der sich fast ausschließlich über Kleinstspenden, über so Grassroots Financing nennt sich das oder eben so Crowdsourcing finanziert hat, weil es eben auch wichtiger Teil seiner politischen Botschaft ist, unabhängig zu sein von den Wirtschaftsbossen und er hat eben sehr, sehr viel Geld auf diese Weise sich besorgt oder bekommen, hat dann am Ende eben trotzdem nicht gereicht. Also es gibt Möglichkeiten um diesen Prozess herum, aber wenn man sich die Zahlen anguckt der letzten Jahre, dann muss man eben, dann muss man wirklich viele, viele Millionen einsetzen können, in der Lage sein, einzuwerben, um überhaupt eine Chance zu haben, mit den Kampagnen der anderen mitzuhalten und dann eben auch gewählt zu werden. Also ja, das politische Spiel ist ein Spiel der Superreichen in den meisten Fällen in den Vereinigten Staaten. Über das Fehlen der Einwohnermeldeämter haben wir schon so ein bisschen gesprochen, da möchte ich nur noch ein Stichwort nennen, das ist das Voter Suppression, das ist etwas, was immer wieder aufkommt, das ist eben genau das gezielte Entfernen des Wahlrechtes für bestimmte Bevölkerungsgruppen, um eben besonders durch Republikaner, um demokratische Kandidaten zu schwächen. Da gibt es jetzt gerade in den Nachrichten und auch auf Twitter, wenn man sich umhört, sieht man gerade so eine Welle von Voter Suppression, die in den USA gerade losgeht, wo teilweise in bestimmten Gebieten mehrere Zehntausend Leute über Nacht ihr Wahlrecht verlieren und die das dann quasi sich wieder zurückklagen müssen, wenn sie das überhaupt mitbekommen. Und das gibt dann eben Fälle, dass die zum Beispiel bestimmte Dokumente vergleichen, die Geburtsurkunde und irgendwelche anderen Dokumente und dann darauf achten, dass wirklich selbst kleinste Tippfehler oder Leerzeichen oder sowas, wenn das da Diskrepanzen gibt, dann sagen die, diese Dokumente stimmen nicht überein, du hast kein Wahlrecht. Und das findet halt jetzt gerade im großen Stil statt. Da gibt es viele Civil Rights Organisationen, die das eben bekämpfen, aber das Ganze summiert sich eben unter dem Begriff der Voter Suppression. Das erinnert mich an diverse, also ich gucke ja gern so Gangster-Filme aus dem Mafia-Milieu da sowas wie ja so Scorsese und da war Wahlbeeinflussung auch ein ganz wesentlicher Bestandteil deren, ich will nicht Tagesgeschäft sagen, aber deren Einflussnahme, die haben halt dann einfach Leute verprügelt, Kandidaten ins Krankenhaus geschickt oder haben Schläger-Trupps vor den Wahllokalen aufgestellt. Also da war es halt noch ganz grob, da war es vielleicht nicht ganz so subtil. Das passiert jetzt auch, also es werden oft dann gezielt Polizeifahrzeuge von den Wahllokalen in schwarzen Wohngebieten geparkt, weil man eben weiß, dass die schwarze Bevölkerung aus gutem Grund sich lieber von der Polizei fernhält, weil es halt meistens zu deren Nachteil ausgeht, unabhängig davon, ob sie was gemacht haben oder nicht. Und selbst durch solche eher subtilen Maßnahmen, wo man sagen kann, so eigentlich sollte man sich doch nicht davon hindern lassen können, wenn man ein unbescholtener Bürger oder Bürgerin ist, ins Wahllokal zu gehen, nur weil davor ein Polizeiwagen steht, ist es halt de facto in den Vereinigten Staaten so, dass die reine Präsenz der Polizei Lebensgefahr für die schwarze Bevölkerung bedeutet. Das sehen wir jetzt ja auch in den Black Lives Matter Protesten und den schrecklichen Videos, die immer wieder aufkommen, wo schwarze Menschen in den Rücken geschossen werden oder anderweitig schwer verlässt oder getötet werden und im Nachhinein immer rauskommt, dass da einfach nichts war. Das war dann ein Verkehrsstopp oder das war irgendeine andere Situation, die von der Polizei eskaliert wurde und zum Tod der schwarzen Menschen geführt hat. Und das wird dann eben genau dieser Polizeirassismus wird dann eben auch gezielt eingesetzt, um die Wahrscheinlichkeit zu verringern, dass schwarze Menschen zur Wahl gehen, indem man eben Polizeifahrzeuge, also quasi staatliche Schlägertrupps, wenn man zynisch ist, vor die Wahllokale stellt, damit da keine Leute reingehen. Ja, der letzte Punkt hier in meiner Liste der Einflussnahme und Diskriminierung ist das Gerrymandering. Davon hast du bestimmt auch schon gehört. Nein. Das ist das Einteilen der Wahlbezirke. Das kommt quasi jedes Jahr zur Präsidentschaftswahl, wird über Gerrymandering gesprochen, denn die Wahlbezirke nur geschickt genug einteilt und da empfehle ich das mal zu googeln, da gibt es für Gerrymandering schöne bildliche Beispiele. Wenn man die Wahlbezirke geschickt einteilt, da es ja nur zwei Parteien gibt, kann man dadurch erzeugen, dass ein tatsächliches Verhältnis von Stimmen in der Bevölkerung nicht das Ergebnis der Wahlkreise widerspiegelt. Und winner takes it all, es bedeutet, es kommt darauf an, wie viele Wahlkreise man gewinnt und nicht, wie viel Prozent man bekommt. Genau, das ist das, was ich vorhin meinte, also wenn du quasi drei Bereiche einzeln auswertest nach dem winner takes it all Prinzip, kann ein anderes Verhältnis rauskommen, als wenn du halt den gesamten Bereich betrachtest. Und das kann, ich sehe gerade die Grafiken, die du meinst, die sehr bildlich darstellen, wie man halt ein Quadrat in Wahlbezirke unterteilen kann, dass jedes Mal ein anderes Wahlergebnis rauskommt bei der gleichen Anzahl von Stimmen. Also das ist schon krass. Und das geht so weit, dass da gibt es immer wieder Extremfälle in den Vereinigten Staaten, dass dann die eine Straßenseite in den einen Wahlbezirk zählt und die andere Straßenseite einer Straße in den anderen Wahlbezirk zählt oder dass auf einmal so, man würde sich ja vorstellen, so die Wahlbezirke, die sind ungefähr rechtettig oder ungefähr rund oder hexagonal oder so, wenn man sich so Geometrie vorstellt, wenn man jetzt einfach nur so grob einteilen würde und dann verzerrt man die vielleicht so ein kleines bisschen, um die ungefähr gleichmäßig zu füllen. Aber es gibt immer wieder Beispiele, wo die dann auf einmal so einen langen Auswuchs haben in eine Richtung oder wo ein Wahlbezirk auf einmal in zwei geteilt wird und dazwischen ein anderer Wahlbezirk einfach durchgeht, aber sozusagen nördlich und südlich der Hauptstraße zählt das zum Wahlbezirk, die Hauptstraße selber zählt aber zu einem anderen Bezirk und lauter so eine sehr kreative Neudeutung. Ich glaube, es gibt auch eine sehr gute John-Oliver-Folge, ich glaube, ich schreibe mir das mal eben auf, das packen wir mit in die Quellen, das ist dann auf Englisch, der dann auch viele Beispiele zeigt davon, wie man diese Wahlbezirke neu zeichnet. Da ist so eine satirische Darstellung der Wahlbezirke von Massachusetts aus dem Jahr 1812 auf der Wikipedia, wo die Wahlbezirke quasi zusammenhängend so das abstrakte Bild eines Geiers ergeben. Das ist auch wie lustig. Ja, und Wahlbezirke einteilen ist immer kontrovers, weil je nachdem, wie man es macht hat, nimmt man immer einen Einfluss in den USA durch dieses Gerrymandering, hat das aber echt andere Dimensionen, als ich das je sonst wo erlebt habe. Das habe ich echt noch nie gehört. Also ist mir vollkommen neu der Begriff. Ja, ich weiß gar nicht, ob man den übersetzen kann, dass der im Deutschen auch in der Berichterstattung Wahlkreisschiebung steht da. Das ist etwas, was es bei uns nicht gibt. Und Dieb L sagt, es ist manipulierend einfach nur die Übersetzung davon. Also quasi die Manipulation von Wahlkreisen hat System und passiert jedes Jahr zuhauf. Das ist also keine große Ausnahme oder so, sondern das ist einfach sozusagen Standardpraxis. Auch wiederum, das machen auch die Demokraten, aber man muss leider betonen, dass es sehr häufig eben die Republikaner sind in republikanischen Bundesstaaten, die das besonders perfide machen und besonders stark. Und wenn man sich mal diese Abbildung anguckt, dann wird einem sehr einfach klar, wie man bei, da gibt es quasi blau und rot und 60 und 40 Prozent für die beiden Stimmen und je nachdem, wie man die Bezirke einteilt, kann man eben blau oder rot gewinnen lassen. Und das hat dann eben an der Stelle nichts mehr mit demokratischer Vertretung zu tun, sondern das ist dann eben festhalten des Status Quo, denn das sind die Leute, die das eben machen, sind die Leute, die dann schon an der Macht sind und die teilen das so ein, dass sie möglichst an der Macht bleiben. Und deswegen gibt es eben in vielen Bereichen dann nicht wirklich Fortschritt oder Veränderung, weil immer wieder das Gleiche bleibt. So, das ist also alles zusammengenommen. Ich glaube, ich habe jetzt fast länger über Diskriminierung und Festhalten am Status Quo geredet, als über die eigentlichen formellen Wahlprozesse. Aber ich finde, das ist alles sehr wichtig, um zu verstehen, wie es zu sowas kommen kann wie Donald Trump. natürlich sind auch, hat Donald Trump Unterstützung in der Bevölkerung und natürlich hat die Bevölkerung ein extremes Rassismusproblem, was sich darin widerspiegelt, einen rassistischen und sexistischen Präsidenten an der Spitze zu haben. Aber es sind eben auch eine Vielzahl von diesen verschiedenen Ebenen der Diskriminierung, die dabei helfen, sowas möglich zu machen. Also, wie gesagt, nach Popular Vote, wenn man einfach nur die Prozente der Gesamtbevölkerung in den Vereinigten Staaten, hat Donald Trump nicht gewonnen. Und nur durch diese gezielten, wirklich per Design eingebrachten Möglichkeiten der Manipulation hat er gewonnen. Und das ist auch nicht so, dass es, ich habe zwar die Republikaner oft erwähnt, aber auch die Demokraten wehren sich immer wieder dagegen, diese Prozesse so zu ändern, dass sie demokratischer sind. Und das ist halt, ja, und das kommt jetzt so, geht das schon, ich meine, ich habe schon viel gewertet hier, aber es geht wirklich in den Wertungsteil. Für mich ist das US-amerikanische Wahlstellen an sehr vielen Stellen fehlerhaft, diskriminierend und intransparent. Es gibt einfach eine zu starke Entkoppelung zwischen der tatsächlichen demokratischen Wahl und dem Ergebnis. Und das geht eben dabei los, dass bestimmte Leute gar nicht zur Wahl gehen, bis hin zu, selbst die Leute, die zur Wahl gehen und abstimmen, deren Stimmgewicht wird durch das Electoral College zu einem gewissen Teil wiederum negiert. Es gibt einen Haufen, meiner Meinung nach, einen Haufen von Wahlsystemen, die besser funktionieren. Das deutsche parlamentarische System mit der parlamentarischen Demokratie bin ich ein großer Fan von, weil wir keine starken Führungspersonen haben. Aus irgendeinem historischen Grund ist das hier nicht so gern gesehen. Aber wenn man sagt, hey, wir brauchen einen starken Präsidenten, das ist einfach amerikanische Mentalität, eine starke Führungsperson zu haben, dann kann man sich vielleicht das französische Präsidialsystem anschauen. Die haben einen starken Präsidenten, aber auch die haben die Teilhabe kleiner und großer Parteien. Da weiß ich nicht im Detail, wie alles funktioniert, aber de facto gibt es dort nicht nur zwei Parteien, die immer wieder entscheiden und es gibt auch größere politische Umbrüche. Das bedeutet, es nicht nur das Establishment alles kontrolliert. Das US-System hingegen basiert eben auf jahrhundertealten historisch gewachsenen Regeln, die nie grundlegend überholt wurden. Da fehlt dann auch, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber meiner Meinung nach fehlt da so ein Moment in der Geschichte, den wir in Frankreich und auch in Deutschland hatten und die habe ich jetzt mal so als Beispiel rausgenommen als europäische Vertreter, ist so diese Neuerfindung des Staates. Wir hatten das Grundgesetz, die Folge, wo du uns das Grundgesetz erklärt hast, das war ja der Moment, genau, von Grund auf neue Regeln geschrieben worden sind und man die Möglichkeit hatte, das fairer und besser zu machen und auch Frankreich hatte ja, ich glaube, die sind jetzt in der Fünften Republik, die hatten glaube ich nach dem Zweiten Weltkrieg die Vierte Republik und dann in den folgenden Jahrzehnten dann nochmal eine Neuformulierung der Verfassung in die Fünfte Republik, was dann halt immer die Möglichkeit bringt, Strukturen zu modernisieren und die Vereinigten Staaten haben immer noch ihre Verfassung von aus dem 18. Jahrhundert, glaube ich, da gab es auch, glaube ich, eine Hörerzuschrift, glaube ich, beim letzten Mal, ich habe die Entdeckung Amerikas und die Französische Revolution und alles sehr grob falsch gesagt, ich versuche jetzt nicht, das richtig zu stellen, aber ich sage, ich erkenne an, dass ich da Fehler gemacht habe, aber die Verfassung ist halt Jahrhunderte alt in den Vereinigten Staaten und immer noch maßgeblich, obwohl sie immer wieder ergänzt wurde und so, aber immer noch maßgeblich bei sowas wie eben dem Electoral College, der Wahl am Dienstag, wer überhaupt Zugang zur Wahl hat und so und das sind einfach Sachen, die meiner Meinung nach modernisiert gehören. Ja, also wie gesagt, diese, ich finde, ich finde ja auch, dass der unabhängig von dem etwas krude und verwirrend anmutenden Wahlsystem, dass wenn man jetzt nicht da ein bisschen tiefer eintaucht ist, wenn man durchaus Schwierigkeiten hat, überhaupt zu verstehen, wie denn ein Kandidat hervorgeht und wie der dann gewählt wird, ist der Aspekt der Manipulations- und Diskriminierungsmöglichkeiten ja auch der, den man im Westen hier zu spüren bekommt, also wo man halt, wenn es dann eben darum geht, so etwas aus westlicher Sicht nahezu unverständlich ist, wie die Wahl eines Rassisten in das Präsidentenamt zu legitimieren, wo man dann natürlich schon guckt und sich überlegt, ja, wie um alles in der Welt, also welches Wahlsystem der Welt erlaubt sowas? Aber wie du schon auch angemerkt hast, und das ist ein Satz, ich weiß nicht, wer den fallen gelassen hat, aber jeder, jedes Land bekommt letztendlich den Präsidenten, den es verdient und wie du schon sagtest, also trotz aller Manipulationsmöglichkeiten und Popular Vote hin oder her, unterm Strich wurde der gewählt von einem nicht unerheblichen Teil der Bevölkerung. Also egal, wie man es dreht oder wendet, hat der Unterstützer und wahrscheinlich mehr, als man, als einem lieb ist. Ja, fast, also fast die Hälfte der Wählerinnen so. eben nicht die Mehrheit, aber halt auch nicht bei Weitem nicht die Mehrheit, sondern wie ich gesagt habe, es war halt schon sehr knapp. Aber es ist ja beunruhigend genug. Genau. Ja, und wenn man, also umso erschreckender, dass aus diesem Wahlsystem halt ein Präsident hervorgeht, der mit unglaublich viel Macht ausgestattet ist. Ja. Das, das ist eigentlich das, das Tragische, weil, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt einen, eine, einen Bundeskanzler oder eine Bundeskanzlerin bekommen würden, die, Gott bewahre, irgendwie so einen leichten Rechtsstrahl hat, ja, dann glaube ich, gäbe es trotz allem noch das Parlament und trotz allem noch genügend Instrumente, die, die Macht etwas in Schach halten. Natürlich würde das wahrscheinlich durchschlagen auf politische Entscheidungen. Das, glaube ich, ließe sich nicht ganz verhindern, aber man hat immer noch Opposition, man hat immer noch das Parlament, man hat immer noch, ja, man hat immer noch Instrumente, um, um die Macht so ein bisschen einzudämmen und das ist, wie wir ja schon gelernt haben, mit auch ein Verdienst unseres Grundgesetzes. Ja. Dass die ganz klar verhindern wollten, dass da wieder so eine Figur hervorgeht, ähm, wie seinerzeit Adolf Hitler. Ja. Ja, und das hat man hier nicht, also ich will jetzt nicht, ähm, Donald Trump mit Adolf Hitler vergleichen, ja, aber ich finde das halt schon beunruhigend, welche Persönlichkeiten so viel Macht bekommen können, aufgrund eines vermeintlich demokratischen Prozesses. genau, und gerade das habe ich auch erwähnt, ne, das gab ja eigentlich die Absicht, Demagogen und Populisten zu verhindern, ne, aber wenn es dann darauf ankommt, wie bei jemandem, wie bei Donald Trump, hat es dann eben nicht funktioniert, weil das System so viel mehr daran interessiert ist, sich selbst zu erhalten, als mit Tradition zu brechen, um einen Populisten zu verhindern. Also, äh, es gab ja nur so eine Handvoll, sehr wenige Wahlmänner und Wahlfrauen, die dann tatsächlich sich gegen Trump entschieden haben, obwohl das ja eigentlich per Design das der Punkt hätte sein müssen, wo das Electoral College sagt, einen Rassisten wählen wir nicht in, in das Amt, aber weil man halt den Status Quo behalten möchte, weil halt die RepublikanerInnen sich nicht die Blöße geben können oder wollen, ähm, da Fehler einzugestehen, wurde dann halt einfach weitergemacht wie bisher und wurde einfach gesagt, na, der wurde halt jetzt gewählt, jetzt müssen wir das machen, obwohl sie ja eigentlich die Position des Sicherheitsventils sind, ähm, und das zeigt halt, dass es grundsätzlich nicht funktioniert, ähm, deswegen, ich tue mir so ein bisschen schwer damit, so abschließend einzuschätzen, würde ich sagen, dass die USA demokratisch sind oder nicht, ähm, denn ich finde, da sind so viele Aspekte drin, wo es mir schwerfällt, da für so eine, von einer richtig demokratischen Repräsentation zu sprechen der Bevölkerung, weil es eben zu viele Möglichkeiten gibt, dass, äh, oder zu viel Übergewicht gibt, dass bestimmt, dass vor allem weiße Menschen einfach leichter abstimmen können, aber stattdessen möchte ich mal noch darauf hinweisen, es gibt den Democracy Index, das ist von, ähm, der Economist Intelligence Units, äh, ein, äh, errechneter Index, das ist eine britische Firma, die bringt jedes Jahr, analysiert sie den Status der Demokratie in 167 verschiedenen Staaten, und, ähm, da ist auf Platz 1 Norwegen, äh, als volle Demokratie, hat quasi die Bestnoten in den Kategorien, ähm, Wahlprozess, ähm, Funktion der Regierung, politische Teilhabe, politische Kultur und, ähm, zivile Freiheiten, also das sind dann so Sachen wie, äh, Homo, äh, Ehe für homosexuelle Menschen, äh, und, und solche Sachen fallen darunter, da ist Norwegen am besten, ähm, Deutschland ist auf Platz 13, äh, und die USA ist auf Platz 25, ähm, und ist hier auch dann offiziell angesehen als in der Kategorie flawed democracy, also, dieses Kräler behaftete Demokratie, während, ähm, ab den Plätzen 22 und aufwärts es eine volle Demokratie ist, ähm, natürlich, ich weiß jetzt nicht genau, wie die Bewertungsmaßstäbe sind, da kann auch alle möglichen, ähm, äh, Vorurteile und sonst welche Verzerrungen drin sein, theoretisch, aber, ähm, ein britischer Think Tank, der halt die USA als fehlerhafte oder, oder britische Unternehmen, dass die USA als, äh, flawed democracy einteilt, hat für mich schon eine gewisse Bedeutung, ähm, und, ähm, ja, das, das vielleicht so für mich als, als Abschäumen, Beurteilung dieses ganzen Wahlprozesses ist, es ist halt einfach ein großer Faktor darin, warum die Demokratie hinter Südkorea, ja, hinter Japan und Südkorea, ja, mhm, mhm, ich meine, immer noch Vorstaaten wie, also darunter ist jetzt Israel oder auch Belgien, über das belgische System weiß ich nicht genug, warum die so schlecht abschneiden, die haben vor allem, ähm, schlechte Noten in der politischen Teilhabe, das liegt dann wahrscheinlich an deren Wahlsystem, das kenne ich, das kenne ich nicht, ähm, aber, ja, es ist also sehr viel Verbesserungspotenzial da und es gibt halt auch viele Menschen in den USA, die das so sehen und die das versuchen zu verändern, aber bei Design hat dieses System halt extreme Widerstände gegen eine, eine Veränderung dort. Ja, das war jetzt, äh, hast du noch, hast du noch Fragen für den ganzen Themenkomponenten? Nein, ich hab dich ja, ich hab dich ja regelmäßig in deinem Redefluss unterbrochen, ja, um, sehr gut, um meine Gedanken, um meine Gedankengänge da einzubringen, ähm, ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ähm, ob ich's tatsächlich zu 100 Prozent umrissen habe, allerdings, äh, fühl ich mich jetzt ein kleines bisschen klüger und, ähm, wie gesagt, es gab so ein paar, paar Mechanismen, die waren mir neu, also gerade das mit der Wahlkreis, äh, Verschiebung, äh, das war mir nicht klar, ich, ich hab auch, äh, parallel da so ein bisschen mitgeschmökert, das kann man ja jetzt nicht vollkommen willkürlich einteilen, soweit ich das jetzt gesehen habe, muss da ein Wahl, ein Kandidat quasi seinen Wohnsitz haben in diesem Wahlkreis, aber dann zieht er halt einfach um, äh, zur Not. Ja. Ja, ähm, ja, war wirklich ein, ein, ein sehr, sehr interessanter Ausflug in die, relativ komplexe, in das relativ komplexe Wahlsystem der, der Amerikaner. Ich kann nur empfehlen, die verlinkten Videos, äh, anzuschauen, die sind in den Shownotes, das eine heißt, US-Präsidentschaftswahl 2016, das System einfach erklärt, ähm, das ist ein, ich glaube, ein relativ kurzes Video auf YouTube, noch besser ist aber das Video Trump-Clinton-Obama, wie funktioniert das US-Wahlsystem, der rote Faden, das ist so ein Format vom ZDF, ähm, das fasst sehr gut einen Großteil der Aspekte zusammen, die ich hier erwähnt habe. Ich möchte dann auch noch, ähm, äh, ein Podcast nahe legen, einen amerikanischen Podcast, wer sich da wirklich jetzt noch sehr viel mehr mit beschäftigen möchte, der ist jetzt dieses Jahr gezielt zur Wahl gestartet, da heißt Vote, Ausrufezeichen, ähm, das, äh, da verlinken wir eine Episode speziell über die Geschichte der Voting Rights, die eben darüber sprechen, wann überhaupt Bevölkerungsgruppen Zugang zu diesem Wahlsystem erhalten haben, vor allem die schwarze Bevölkerung, ähm, aber auch ansonsten spricht dieser Podcast sehr viel, sehr im Detail über verschiedene Aspekte der Wahl und des Wahlsystems. Also, das ist auf Englisch, wer da tief einsteigen möchte, der soll das gerne machen und wer mehr über Gerrymandering erfahren möchte, der sollte sich das John-Oliver-Video angucken, was auch verlinkt ist, ähm, äh, der ist immer sehr unterhaltsam und bringt Sachen sehr gut auf den Punkt. Möchte ich auch sehr. Möchte ich auch sehr. Und auch auf Englisch die Quelle, aber, ähm, das, das lohnt sich auf jeden Fall auch. Ja. Sehr gut. Deswegen, Quellen schauen lohnt sich immer, gerade bei uns. Ich finde, wir haben immer ziemlich coole Quellen zusammen. Ich gucke noch immer gerne, selbst wenn ich dir schon zugehört habe, gucke ich danach immer nochmal in die Quellen, was du so erzählt hast, weil dann immer noch mehr Bilder und mehr Infos und noch mehr. Es sei denn, es sei denn, äh, es sei denn, ich habe wieder irgendein Buch geschmögert, dann wird es schwierig. Ja, ich versuche das auch immer zu, also Bücher, der Nachteil an Büchern ist, also der Vorteil ist natürlich, man kann, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich lese schon gern Sachbücher, also wenn sie schön aufbereitet sind, dann hat das für mich schon nochmal so einen anderen Flair. Allerdings ist so, im Zeitalter der Digitalisierung auch im Zeitalter unseres persönlichen Workflows in Vorbereitung auf diese Episoden natürlich die Buchform, immer so die allerunhandlichste, die man sich ausdenken kann, weil man nichts copy-pasten kann, äh, keine direkten Links hat und so weiter, also versuche ich das immer schon zweigleisig zu machen, äh, aber so ein Büchlein, äh, um sich mal so Basiswissen auf die Festplatte zu packen, ähm, ist schon, schon immer sehr hilfreich, aber bietet sich nicht immer an. Ich weiß nicht, ob es jetzt Literatur gibt zum Thema Wahlsystem, äh, und wie interessant die zu lesen wäre. Genau, wie komplex das dann ist, ähm, da kann ich ja wirklich YouTube als Informationsquelle empfehlen, wobei es ist auch immer so ein bisschen kritisch, ne, YouTube ist auch echt viel Falsches dabei, ja, aber wenn man, ähm, gerade öffentlich-rechtliche Formate sich anguckt, die auf YouTube, äh, abrufbar sind, dann, äh, hat man eine relativ hohe Qualität dabei. Und, man muss ja, glaube ich, auch mal zu unserer Verteidigung anbringen, ja, das, was heißt Verteidigung, also es ist nicht, dass uns jetzt irgendjemand öffentlich an den Pranger gestellt hätte, aber wir haben ja dieses vierwöchige Format, das heißt, also wir haben vier Wochen Zeit, äh, uns auf dieses jeweilige Thema vorzubereiten, und es ist ja nicht so, als würden wir beide den ganzen Tag Däumchen drehen, zu Hause sitzen und darauf warten, dass wir endlich wieder ein Thema bekommen, dass wir, ähm, an 40 Wochenstunden, ähm, recherchieren können, sondern wir sind beide berufstätig, beide, ähm, Familienväter und, äh, deswegen machen wir das halt in unserer Freizeit, in der uns gebotenen Freizeit, und ich denke, ähm, also es reicht natürlich vollkommen aus, also zumindest in dem Format, das wir hier geschaffen haben, die Informationen zu vermitteln, von denen wir glauben, dass sie den Kern des Themas abdecken, aber bei weitem nicht um das allumfänglich und hochdetailliert, aber dafür habt ihr ja die Links, weiterführende Links und Videos und, was auch immer. Ich bin mir auch sicher, dass ich Fehler gemacht habe in dieser Folge, ähm, weil es einfach bei so einem, äh, Wust an Informationen nicht, oder kaum zu vermeiden ist, deswegen freue ich mich immer darüber, wenn Menschen uns, äh, Nachrichten schicken oder Kommentare schreiben und Dinge richtig stellen, oder auch einfach nur sagen, äh, nee, das, das war so, war das nicht richtig, ähm, wie bei den Jahreszahlen, die ich, ich weiß gar nicht in welcher Folge, ich die so falsch hatte, aber, ähm, das ist auf jeden Fall, äh, sehr geschätzt und ich freue mich darüber, wenn, ähm, ihr, die ihr uns zuhört, Dinge besser wisst, als wir und uns daran teilhaben lässt. Das ist ja gar nicht so unwahrscheinlich, ja, deswegen, äh, immer gerne, immer gerne korrigieren und, also, und die Kommentare eines Beitrags sind halt auch eine öffentliche Plattform, ähm, ähm, so dass wir solche Richtigstellungen, ähm, dass die, ja, das, es ist gut, dass die öffentlich sind, ne, weil jeder kann da nachlesen und sehen, wo wir falsch lagen, wenn es irgendwas, äh, extrem gravierendes war, werden wir das natürlich auch in den darauffolgenden Episoden, aufgreifen, ja, kein Thema, also wenn wir irgendwelche vollkommen Unwahrheiten oder Verschwörungserzählungen verbreitet haben oder so, und wissentlich, keine Ahnung. So, das bringt uns jetzt aber zu dem nächsten Punkt, wo du Verschwörungstheorien, äh, für recherchieren kannst, äh, und die Unwahrheit erzählen kannst. Verschwörungserzählungen, bitte. Verschwörungserzählungen, genau. Ähm, Verschwörungserzählungen, und zwar, das ist eine Frage, die uns ein Hörer geschickt hat, und wir haben ja, das sagen das ja auch immer zum Schluss an, wenn ihr wollt, dass jemand von uns beiden eine Frage zu einem bestimmten Thema beantwortet, dann schickt bitte dem jeweils anderen diese Frage, damit der die dann stellen kann, damit dann, ne, da wir immer abwechselnd und so, ähm, ne, wenn ich was erklären soll, schickt ihr Marco die Frage, und Marco stellt sie mir dann, und ich erkläre das dann, und in diesem Fall wollte jemand, dass Marco was erklärt, und deswegen hat er mir die Frage geschrieben, und ich stelle sie jetzt, das ist eine Frage von Martin, und der fragt, äh, wie funktioniert eigentlich die Imkerei? ähm, und ich möchte das noch so einen kleinen, so einen kleinen Spin geben, in so eine bestimmte Richtung, ähm, mich würde nämlich sehr interessieren, wie die Biene wirklich als Nutztier funktioniert, und zwar nicht nur bei der Honigproduktion, sondern auch bei der Bestäubung in der Landwirtschaft, ähm, da habe ich mal hier und da so Kleinigkeiten aufgeschnappt, und mich würde es super freuen, da mehr zu erfahren, ähm, ob man sich einfach seinen eigenen Schwarm Bienen halten kann, und der bestäubt dann alles, so dass wenn die Wildbestäuber alle kaputt sind, dass es egal ist, man hat ja seine eigenen Bienen, so stelle ich mir das vor, einfach, jeder Bauer hat seinen Bienenstock am Feld, und dann machen die schon, oder ist das vielleicht anders? Ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil es nicht nur von mir abhängt, ob das was wird, aber ich kenne eine Imkerin, und, ähm, die, äh, wenn es klappt, würde ich die, ähm, interviewen, um zumindest so den handwerklichen Aspekt der Imkerei so ein bisschen abzudecken, das Geschichtliche wird man wohl eher anderweitig recherchieren können, müssen, dürfen, aber das ist ein Thema, auf, äh, auf das ich mich sehr freue, weil das halt wieder so ein bisschen was mit Handwerk zu tun hat, ich stehe zwar dem Thema, ähm, das muss ich gleich vorweg sagen, als, als Veganer, ähm, auch ein bisschen kritisch gegenüber, ja, weil es halt um die, in Anführungszeichen, Ausbeutung von Tieren geht, äh, wenn auch, sag ich mal, in der, na, wie soll ich es ausdrücken, äh, vertretbarsten Formen, ja, vertretbar, also, weißt, was ich meine, oder? genau, es sind keine Wirbeltiere, die Schmerzen so ähnlich spüren, wie wir Menschen, und wir essen die Bienen nicht, sondern wir klauen ihnen nur, also ich habe einfach aus, den Honig. es ist bei mir dann eher ein, ein prinzipielles, als ein, wirklich, äh, begründbares, äh, begründbarer Vorsatz, keinen Honig zu essen, äh, weil, ja, ich einfach den Schluss gefasst habe, auf tierische Produkte aller Art zu verzichten, aber Honig ist tatsächlich ein Bereich, den, also wenn du mich, wenn du mich jetzt, äh, gefragt hättest, äh, wie funktioniert, äh, Massentierhaltung, hätte ich wahrscheinlich dankend abgelehnt, äh, das wäre das erste Mal gewesen, dass ich, äh, dass ich gesagt hätte, nö, äh, äh, das kannst du dir jemand anderen suchen, aber bei Imkerei, das möchte ich aber auch niemandem antun, um sich da im Detail mit auseinandersetzen zu müssen. Nein. Nein, ist ein, ist ein echt tolles Thema, auf, äh, auf das ich mich sehr freue und wie gesagt, wenn es irgendwie klappt, dann, ähm, gibt's ein, gibt's Interviewausschnitte, da muss ich erst mal gucken, wie sich das zeitlich, äh, ja, unterbringen lässt. Sehr gut. Sehr schön. Dann, äh, kommen wir zum Ende, würde ich sagen. Genau. Ist doch deutlich länger geworden, als du, äh, ursprünglich, äh, vermutet hattest, äh, denke ich. Genau, ja, ich, ich meine, ich hab, ich hab gesagt, kommt darauf an, wie viel wir diskutieren, hab ich mich, hab ich angefangen mit mir selber, da hast du mich unterschätzt. nicht diskutieren, sondern sehr ausführlich. Hast du nicht mit meinen, mit meiner Zwischenrede gerechnet, meiner permanenten? Nee, ich hab einfach selber mich, mich beim nochmal Nacherzählen darüber aufgeregt, wie schlimm ich das System eigentlich finde. Also mir ist das schon ein bisschen nahe gegangen, als ich das alles so, so gelesen habe, und man halt, ja, dann in manchen Quellen dann halt auch so persönliche Berichte hört von Menschen, die betroffen sind. Und es ist einfach, ja, verständlich. Es ist halt so bitter, weil das alles gewollt ist. Das sind alles keine, nichts davon ist versehentlich passiert. Das sind alles aktive, bewusste Entscheidungen, das so aufzubauen. Naja, deswegen ein bisschen viel. Macht nix. Macht nix. Man kann ja auch auf Pause drücken. Ja, das ist der Vorteil am Podcast. Genau. Aber jetzt seid ihr in der Reihe. Wenn ihr uns Rückmeldungen geben oder uns unterstützen möchtet, dann könnt ihr euren Freunden von uns erzählen. Ihr könnt uns auf Twitter, Facebook, YouTube oder auf Instagram folgen. Ihr könnt, wie wir schon erwähnten, diese oder jede andere Episode kommentieren und korrigieren. Ihr könnt uns auch gerne eine Nachricht schreiben, wenn ihr das nicht öffentlich machen wollt. Oder eben Fragen stellen. Uns auf Apple Podcasts oder panoptikum.io bewerten. Uns auf Flatter unterstützen. Oder uns anderweitig eine Sach- oder Geldspende zukommen lassen. Das mit dem Bewerten haben tatsächlich auch schon ein paar Leute gemacht. Gerne weiter so. Wir freuen uns da sehr. Ich persönlich lese es nicht so regelmäßig, weil ich leider kein Apple Podcasts Endgerät habe, wo ich das ständig mitbekommen würde. Aber wir lesen das und wir freuen uns sehr. Und wir freuen uns auch über eine Bewertung ohne Rezension genauso. Alle Links und Hinweise dazu findet ihr in den Shownotes dieser und aller Episoden im Podcast Client eures Vertrauens. und natürlich auf aha.exklamatio.de Natürlich, wie Joram schon erwähnte, findet ihr alle weiterführenden Links zu Videos und sonstigen Artikeln auch in den Shownotes, falls ihr euch mit diesem heute besprochenen Thema noch weiter beschäftigen wollt. Nun denn, dann würde ich sagen, hören wir uns in vier Wochen wieder, wenn ich euch was über die Imkerei erzählen darf. Bis dann. Bis dann. Macht's gut. Bleibt mal agierig. Tschüss. 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 Tschüss.